So, dann wollen wir doch mal. Das ist immer noch nicht ganz richtig. Sekunde. Ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt nicht fixe, es wird mich die gesamte Zeit über stören. Ich kenne mich. Das wird mich die gesamte Zeit stören. So. Das ist halt der Punkt, wenn man das Ganze auf einer echten N64 macht. Jetzt natürlich. Sound so okay? Was meint ihr? Lauter, leiser. Und alle deine Zuschauer, die du auch irgendwas... Ja, eben. Das war, by the way, das erste, ähm, ticken leiser. Okay. I can do... I can do that. Like that. Das, glaube ich, ein bisschen zu leise, Sekunde. This should be fine. Ja, by the way, das war auch das erste Bomberman, wo ich, äh, als Kind gespielt hatte. Also nicht Bomberman 64 oder die anderen Teile, sondern das war das erste Mal, was ich Bomberman gespielt habe. Bin der MWP damals Bomberman Hero gekauft. Für ihn war eine gute Entscheidung. Ja, das Spiel ist echt schön an sich. Was heißt also schön? Es ist... Es ist an sich ein nicer Plattformer. So, ich habe hier auch noch meinen, äh... Ups. Yes. Wenn du in großen Augen siehst. Eher so nett war. Nee, aber... Bomberman Hero is nice. Das ist... Das ist ein Spiel, das habe ich schon... Das habe ich ewig in Erinnerung behalten, irgendwie. Deswegen ist das auch auf meiner Liste von Power-Streams. Zusammen mit dem Original-Bomberman 64. Denn generell meine Power-Stream-Liste besteht überwiegend nur aus, ähm... Aus Retro-Stuff. Weil das halt Spiele sind, wo man in einem... In einem Stream gut durchmachen kann. Deswegen, ich glaube, das sollte gut machbar sein, heute. Hier müssen wir hier... Ja. Dose. Oh, das ist eine Dose. Und ja, ich, äh... Wiederhole das nochmal. Das wird jetzt kein 100% Run. Für diejenigen, die das Ganze 100% gucken wollen, sucht am besten auf meinem YouTube-Kanal die, äh... Die Playlist von meinem damaligen LP. Da mach ich das denn. Kann ich aber sonst noch mal in Chat, äh... Schmeißen, wenn ihr das möchtet. Habe ich eben gerade nochmal rausgesucht gehabt. Ich habe gerade gelesen, we are going to die. Spoiler, Bomberman hatte schon immer solche Riesenaugen. Ich fand es halt auch immer toll, dass er normalerweise diese, ja, Strich-Augen hat. By the way, das ist, äh, das kommt von der Original N64-Konsol. Das gehört so. Ich fand das... Das soll eine Schutzweste sein, by the way. Ich finde, man sieht aus wie eine abstrakte Frucht. Und dann haben wir diese... ...tanzenden Knödel. Das Spiel war weird. Aber generell jeder Bomberman-Teil war eigentlich immer ziemlich sehr weird. Was von The Messenger gehört? Ja, würdest du es mal streamen? Was ist The Messenger? Ich habe das nie gehört, sorry. Ich kenne die Band The Messenger. Ah, nee, Quatsch. Das ist, äh, die Band heißt Your Favorite Enemies. Und einer ihrer Songs heißt The Messenger. Viele kennen dieses Lied dann wahrscheinlich nur aus Dissidia. Okay. Das habe ich, by the way, als GIF gesehen auf Twitter. Kannst einfach zu Bauer sagen. Okay. He's okay with that. By the way, ähm... Kleiner Schoschbub, als er das das erste Mal gespielt hat, konnte kein Stück Englisch. Ergo, ich habe nie verstanden, worum es in diesem Spiel ging. What was that? Ich werde aber trotzdem ein bisschen was einsammeln, weil... Also halt gerade so, was Kristalle angeht. Weil das macht es dann nachher um einiges leichter. Dann müsst ihr euch das so vorstellen. Es gibt natürlich hier die obligatorischen Power-Ups. So von wegen mehr Bomben, mehr Blast-Radius, etc. Now I fucked up. Ah geil, I fucked up. Und das meine ich, das Spiel hat halt generell sehr viele Punkte, wo... Deinen perfekten Run kaputt machen, sag ich mal so. Das ist halt den perfekten Run, den du eigentlich haben willst. Wenn du das Spiel 100% haben willst. In den meisten Fällen musst du wirklich alles einsammeln. By the way, dickes Huhn. That's a big chicken. Warte mal, wie war... Das war mit R, okay. Und dann kommen da Mini-Nuggets raus. By the way, wieder ein Spiel mit Huhn. Naja, also... Yes. Machen wir halt so. Blue Black Dragon, moin moin. Ja. Ja. Also, ne halt das Problem, dass es hier ist, wenn du das Spiel auf 100% haben willst. Du musst halt alles in der Stage einsammeln und jeden Gegner besiegen. Meistens zumindest. Es gibt nur sehr wenige Stages, wo ein bisschen Spielraum nach oben und unten haben. Und da ist es halt ein bisschen... Wäre es halt ein bisschen nervig, das Ganze 100% zu machen heute. Weil man in der Regel Level andauernd neu starten muss. Ihr seht, hier fehlt uns jetzt mehr als die Hälfte. Ich kenne dich seit Mirror's Edge. Oh, das ist lang her. Mirror's Edge ist auch so ein Spiel, was ich mir irgendwann nochmal angucken möchte eigentlich. Um zu gucken einfach, wie sich das in der Zeit gehalten hat, wisst ihr. Aber sagen wir mal ehrlich, Mirror's Edge war... Gut, es war zu meiner Zeit, wo ich es gespielt hatte als AP, war es nicht neu. Und ich habe dafür brutal viel Flag von EA kassiert. Wo das damals gemacht hatten. Da habe ich brutalst auf den Sack gekriegt. Weil die einfach nicht wollten, dass ich ihren Scheiß hochlade. Ich meine, das ist auf meinem alten Kanal immer noch das AP. Und ja, EA fand das nicht witzig. Weil meine Idee war an sich ganz nice. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir irgendwann mal so einen Revisit-Stream, was Mirror's Edge angeht. So nach der Motto, nicht durchspielen, aber wenigstens nochmal angucken. Und wie halt, ähm, Dings ist. Es gab doch einen zweiten Teil, ne? Hier, Catalyst, Cataclyst, meine ich. Ist aber Werbung für das Spiel. Ja, das interessiert ja EA nicht. Wir sollen ja nur deren Scheiß kaufen. Nein, es ist EA, von denen wir reden. Also, die fahren mittlerweile die Level wie Ubisoft und Konami. Was Konami noch ein bisschen mehr durchdreht. Aber generell eigentlich, jeder fucking, jede fucking Company dreht aktuell mega durch. Es gibt nur eine Handvoll, wo sich aktuell noch normal und im Grunde kundenfreundlich benehmen. Wenn wir jetzt mal so wirklich drüber nachdenken. Warte, aber ich sollte vielleicht meinen Discord nebenbei offen haben, damit ich sehe, falls wer in Voice-Chat kommt. Ich meine ja nur, also... Ja, Capcom ist aktuell... Ja gut, wenn wir jetzt Keks fragen würden, die würde ich wieder was anderes sagen. Aber da ist wieder die Cosplayerin und die hat hier wieder andere Probleme. Nicht die eigentlichen Games, also das, wofür die eigentlich da sind. Ergo, es ist immer so eine Sache. Bei Capcom ist aktuell auf einem relativ guten Weg. Aber sagen wir mal ehrlich, Capcom hat auch eine Menge Scheiße gebaut. In den letzten paar Jährchen. Aber jetzt so mit... Also dieses Jahr haben sie eine Menge gute Releases gehabt. Halt, ja, Resident Evil 2, das Remake. Devil May Cry 5 war topnotch. Wäre es nicht so fucking brutal, das Spiel auf Platin zu machen, hätte ich es wahrscheinlich sogar gemacht. Aber die Zeit habe ich nicht, weil es verlangt einfach, dass du jede Mission auf Super S hast. Und ich denke mir so, Alter, fuck that. Mein Capcom und Monster Hunter machen auch einen super Job. Monster Hunter World ist Bombe. Kriegt jetzt bald... War das bald? Mein Monster Hunter World kriegt jetzt bald sein erstes großes Update. Tag 2, die zwei Filme haben, denkt hier, was er uns YouTube geschickt hat. Hä? Nestor, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Da musst du mich jetzt mal ausklären. Weil das klingt... super weird. By the way, einer meiner Lieblingsfaktoren an diesem Spiel ist einfach der Soundtrack Hattest du schon mal Bomberman Hero zu 100% durchgespielt? Yes! Hab ich auf YouTube Kannst du da auch nachgucken? Warte mal Ich schicke dir mal einen Link Ich schmeiß den mal in den Chat Auch für die anderen Für diejenigen, die das Ganze mal 100% sehen wollen Könnt ihr da jederzeit euch angucken Und dann von mir aus Benchwatchen Oder whatever Können wir machen, was ihr wollt Weil 100% meint das heute nicht Ihr seht, es sind ein paar Parter Weil du halt mehrere Stages Durchaus mal häufiger machen musst Als nur einmal Von daher Ja, nein Ich mag das Spiel, aber ich Ne Tun mir das heute nicht 100% an Speedrun tue ich auch nicht wirklich Weil dafür Ist mir das Spiel zu schade eigentlich Wow Ähm Take2 hat zwei Detektive zum YouTuber SuperNATO Geschichten Einzuschüchtern Weil er Infos geleakt hat Über Borderlands 3 Dann wiederum Warum leakst du Sachen? Das ist generell eine Sache Also Klar Richtig cool ist es jetzt nicht Allerdings Wenn du Sachen leakst Zu einem Spiel Wo noch nicht draußen ist Darfst du dich eigentlich nicht wundern Just saying By the way Das Spiel hat unglaublich merkwürdige Gegner-Designs Ich sag nur Nebula, der Löwe unter Wasser Ich mein, das ging eigentlich Das Schlimmste sind so manche Stages Manche Stages auf 100% ist super ätzend Aber dazu kommen wir dann noch in dem Moment Weil hier seht ihr jetzt so Die ersten Level sind ja noch sehr kurz Ich mein, wir sind jetzt Zehn Minuten Zehn Minuten dabei Und wir haben quasi die erste Stage fertig Wie stehst du so richtig zu alten Shooter-Teilen Wie Shadow Warrior Doom Nukem Doom Nukem hab ich nie gespielt Doom fand ich Doom 2016 verdammt geil Die Streamaufnahmen findest du tatsächlich noch Die sind auf meinem alten Kanal Müsste auch ne Playlist dazu geben Wenn du die durchgucken willst Aber da hab ich jetzt zu faul dir die rauszusuchen Da müsstest du selber mal gucken Aber mein Doom 2016 Playthrough ist noch da Und Shadow Warrior Ich weiß auch, ich wollte Shadow Warrior mal spielen Dann hab ich's installiert Hab's ein paar Minuten gespielt Und es ist gecrashed Und dann hab ich gesagt so Fuck that Na, nie wieder leider Aber an sich fand ich's ganz witzig So war du, ich liebe das Geräusch von voll abgegradeten Bomben Das klingt nice Das klingt einfach nice Kennst du für die alten Doom die Mod Russian Overkill Ich hab nie die alten Doom-Teile gespielt Der einzige Doom-Teil, den ich wirklich gespielt hab Ist, ähm Ist hier Doom 2016 Das ist der einzige Doom-Teil, den ich je gespielt hab Die anderen leider nicht Aber ich hab mal irgendwie gehört Russian Overkill Der Name sagt mir was Da klingelt's So aus dem Motto ist Bimmelt bei mir Bomm am Ende ist halt in diesem Spiel auch richtig floaty Also Wenn man das einmal selber spielt Man merkt einfach wie floaty der Boy ist So richtig so Moonjump ein bisschen Schade, es ist von Bomberman Hero Keine Fortsetzung War mein Lieblingsbomberman Ja, doch Tatsächlich meins auch Einfach weil's Für Platforming einfach mehr Freiheiten hat Klar Bomberman 64 ist jetzt nicht schlecht Aber da ist halt Das frustert mich ehrlich gesagt noch Das ist, ähm Das Das second attack Also Bomberman 64 2 Niemals in Europa rauskam Beziehungsweise Niemals hier in In Deutschland Wo die Waffen so stark Wenn du aufpassen musst Dass du hier mit selben Schaden umbringst Achso Erinnert mich an den Server auf Team Fortress Der hieß glaube ich irgendwie 7th Heaven oder so Da macht irgendwie alles Zwölfmal so viel Damage und alles Ach ja Bomberman Hero Das wär schön Generell Ich wünsch mir halt Das sag ich schon seit Ewigkeiten Deswegen war ich so Brutalst Disappointed Als ich hier Bomberman R Hieß es Was für die Switch rauskam Da war ich so mega enttäuscht von Also halt richtig enttäuscht Weil Sagen wir mal ehrlich Klar Das klassische Bomberman Ist dieses Over hier Dieses Top View Ding Und das ist halt so Das ist klassisches Bomberman Yes Das Problem ist Es ist fucking outdated Und funktioniert Und funktioniert einfach nicht mehr Auf Auf heutigen Standards Dafür gibt es einfach allein schon zu viele Fanmade Bombermans Weißt du Deswegen hab ich wirklich gehofft Dass Konami mal aus dem Arsch kommt Weil das ist das Problem Die Rechte von Bomberman liegen immer noch bei Bei Konami Und wenn du Und wenn du weißt Dass Rechte bei Konami liegen Weißt du eigentlich Dass sie tot sind So tot als Silent Hill Speaking of Still makes me sad Makes everyone sad Weißt du eigentlich müsste man Konami mal so eine Gruppenanzeige verpassen Weil sie Leute einfach Depressionen verpassen Wer kennt die Sailor Moon Als Spieler von Shadow Warrior Wann ist das Falschen? What? Nie gehört Keine Ahnung Oh Ne Meins Hm? Mach du Ach ja stimmt Heute ist ja hier SummerSlam Ganz vergessen Natürlich hoffe ich Dass er auf die Fresse kriegt Aber Zeit hat gezeigt Dass der Typ ja Leider wieder aufsteht Selbst wenn er vom fucking Undertaker Gezokeslamm wird Auch wenn sein Blick einfach unbezahlbar war Als der Undertaker wieder aufsteht Man hat richtig gesehen Wie sich Shane in die Hose geschissen hat In dem Moment Hat sich richtig eingeschissen Einfach und dann ja McIntyre kriegt den Spear ab Und ne Und Shane wird einmal durch den Boden gedroschen Das mag ich Die ersten Teile von Shadow Warrior hatten viele Anspielungen Vielleicht müsste ich mir die auch mal irgendwann angucken Wie gesagt Ich hab den ersten Versuch zu spielen Er ist abgestürzt Und ich hab dann gesagt So Ja Wow This is This sucks Aber das ist auch Jahre her Damals war ich Mega ungeduldig Ein mega ungeduldiger Lad Ich bin immer noch ein ziemlich ungeduldiger Lad Da ist so viel mal Ne An manchen Tagen hab ich immer noch ne ultra kurze Lunte Aber ähm Ja Ne Wrestling ist aktuell so Ich weiß auch nicht Ich will's mögen Ja Aber in letzter Zeit Laufen da echt Matches und Sachen ab Wo ich absolut kein Bock hab Was einfach nur ätzend ist Weißt du und jedes Mal wenn Shane ankommt Dann schalte ich eigentlich schon meine Kopfhörer ab Guck irgendwelche YouTube Videos Oder zock Minecraft weiter So einfach ist Weil ich mir das nicht antun will Beziehungsweise Und wenn denn noch McIntyre dazukommen Weißt du den Typen kannst du eigentlich voll respektieren Als alleinstehenden Wrestler Weißt du und dann fängt er an Einfach McMans Eier zu lutschen Und du denkst dir Alter wow Das hast du wirklich nötig McIntyre Fucking Schwedischer Terminator Und hängt auf Eierhöhe Weißt du Geiles Charakter Writing Mr. McMahon Geiles Charakter Writing Für Shadow Warrior Classic Redux Sehr stabil Selbst auf Windows 10 Ich hab Windows 10 nicht Ich weigere mich bis heute Strick darüber mir Windows 10 zu holen Ich hab ein funktionierendes Windows 7 Und damit bin ich zufrieden By the way ich mag die Die Vehicle Parts in diesem Spiel Nur 100% zu machen sind die absolut scheiße Unter Wasser kannst du halt noch Kannst Dings Wieder zurück Wenn du irgendwas verpasst hast Hier nicht Hier ist so Das ist so Minimum Speed Laser Boy Magst du mal gehen Machst meine Frames kaputt Ich hab noch Windows 7 Damit bin ich ein glücklicher Ich hab einfach nie Abgegradet Ich hab immer Auch immer die Nachricht bekommen Damals Von wegen Upgrade jetzt auf Windows 10 Und ich so Go fuck yourself Sofern ich mir nicht Ein komplett neuen PC Zusammenstelle Wo Unbedingt Auf Windows 10 Laufen muss Werde ich mir nicht Windows 10 Holen Jetzt kann man natürlich Argumentieren Dass es mittlerweile Besser ist Ja Ich möcht's trotzdem nicht Ich hab mich mittlerweile So an Windows 7 Gewöhnt Einfach Aber gut Es kam auch schon Mittlerweile einmal zurück Um mir in den Arsch zu beißen Weil ich war einmal drauf und dran Mir ein Ein Stream Deck zu kaufen Das war ein Messer Ein Stream Deck Und Da hab ich denn Vorsichtig wie ich bin Hab noch mal Vorher gecheckt Ob das überhaupt Auf meiner Gurke laufen würde Beziehungsweise Wie das überhaupt Von den Anschlüssen her ist Und da meinte jemand Auf Twitter zu mir Und da bin ich immer noch Dankbar dafür Dass die Person Da mir so entgegen gekommen ist Dass Dass das nicht laufen wird Auf Windows 7 Beziehungsweise Nicht Fehlerfrei Das Herz ab Oder Full Health Also War Full Health Shit Au Steinchen Musst du einen Betriebsfehler Auf Windows 10 wechseln Und hab nur Probleme Ja das ist schlimm Ich mein Gut das ist jetzt Aktuell nichts an meinem Gear Was ich upgraden müsste Weil an sich Mein PC läuft Vernünftig aktuell Es sind halt so Convenience Sachen Die ich halt definitiv Mal upgraden müsste Halt so wirklich Monitor Maus Meine Tastatur ist noch Komplett fit Die muss ich nicht upgraden Ähm Neun PC Controller Wäre mal eine Option Aber ja das ist wieder Das Thema Geld Und Geld wächst ja Bekanntlich nicht auf Bäumen Das ist einer der Gründe Warum ich jetzt Mein Tattoo Auch erst im Oktober Weitermachen Mal davon abgesehen Dass ich im Sommer Jetzt einfach nicht Mich nochmal Tätowieren lassen wollte Das wird mir zu stressig Windows XP Beste Windows Vision Ich weiß nicht wie Ich mag ja irgendwie Windows 95 am liebsten By the way Ich fand ihn hier Immer mega cool damals Und das meine ich Deswegen wünsche ich mir So ein 3D Bomberman wieder Einfach damit wir Solche Designs wieder kriegen Solche Bomber Cyborgs Die so total animu sind Was bringt dir das Es ist einfach nur Eine Augenklappe Mein PC war ein absoluter Fehlkauf War Vista Öh Oh mein Gott Mein Beileid Ja Vista war ja halt So dieses Zwischending Seine Files auf 100% zu machen Sind auch Exzend Ja es sind damals Kleinsteins Ich meine ich hab's auch damals In meinem LP gesagt gehabt Das ist aussehen wie Kleinsteins Halt die Bosse sind auch nervig Auf 100% zu machen Muss halt super schnell machen Now he dead Ach cool Na aber mein PC war halt ähm Anfangs war die Die Grafikkarte viel zu schwach Das haben wir Viel zu spät Bemerkt Dass meine Grafikkarte Für den Prozessor Einfach viel zu schwach ist Ergo mein Prozessor Hat zu schnell gearbeitet Dass die Grafikkarte Nicht mehr hinterher kam Und deswegen Ist entweder der PC Abgestürzt Oder ich hatte Grafikfehler Oder was auch immer Rendern war in der Zeit Absoluter Horror Also halt alles Was irgendwie mit Magix Zu tun hatte War ein absoluter Horror Habe ich mir halt Eine bessere Grafikkarte besorgt Und mittlerweile ist die Immer noch Mega hard of date Beziehungsweise Immer noch zu schwach Aber Grafikkarte Wenn du da jetzt Eine haben willst Die auf Auf 16 Gigabyte Prozessor arbeitet Da brauchst du ja halt Dann schon eine Relativ starke Und die sind halt Natürlich relativ teuer By the way A riveting story Also wenn ich irgendwann Mal Geld über habe Werde ich mir auf jeden Fall Nochmal eine Richtig brutale Grafikkarte kaufen Da setze ich mich Dann mit Auron zusammen Und der sagt Dann ja Hol dir die Und ich sag mir Yes I will Auron ist halt Schlau Ich hab Respekt Vor diesen Leuten Die schlau sind Ich selber gehöre da nicht zu Ich bin einfach nur Ich weiß auch nicht Warte Warte Geh weg Hat der seine Arme Nach mir Ich wusste nicht mal Dass ihr das könnt Ich wusste nicht mal Dass ihr eure fucking Arme schmeißen könntet 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 Trötet Die Princess Es ist ein Der Bomber Bomberman By the way In den 90ern Und 80ern Muss da alles Mit man sein Bomberman Megaman Mein Megaman Hat ein gesamtes Gimmick draus gemacht Pepsiman 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 ist der beste Also hallo Darüber müssen wir ja hoffentlich nicht diskutieren Das Pepsiman Der beste Man ist Hallo Die explodieren? Echt jetzt? Das ist fucking Alter Das sind echt Kleinsteins Also game over Willst du auf jeden Fall Nicht gehen So viel weiß ich nochmal Ich weiß noch nicht mehr Ab wie viel Ab wie viel kriegst du dann Kriegst du nochmal Ein Dings ab 2,55 Nein ab 2,55 Kriegst du ein Extra Health Das heißt Nächster Stream Pepsiman für die PS1 Ich wünschte Ich bin ganz ehrlich Ich würde es Das würde ich wirklich gerne machen Aber I can't Ich habe keine Ahnung wie Mein PS1 Simulator Findet keine Laufende ROM dafür Beziehungsweise Ich finde keine Vernünftige ROM dafür Und Der PS1 Simulator Hasst mich sowieso Der funktioniert sowieso Immer nicht richtig Ich habe keine Ahnung warum Das Ding ist Super weird Ich höre immer von Leuten Ja der PS1 Simulator Der funktioniert doch Voll easy Und ich sitze In der Nummer Und er so This shit doesn't work Ich habe es 100% nach Anleitung gemacht Aber es funktioniert Trotzdem nicht Please Tell me why Du meinst deine real existierende PS1 Genau Das meine ich Genau ich kriege das halt nicht für meine real laufende existierende Playstation 1 Genau Ich habe sogar tatsächlich noch eine Playstation 1 unten im Keller Das ist die Die alte Toploader Version Ich glaube die waren alle Toploader Wenn ich mich irre Aber ich habe glaube ich die Die Slim Ich glaube das war die Slim damals Ich habe das gemacht Ich habe das gemacht Welchen PS1 Simulator benutzt du Ich glaube XPS1 heißt das Ding Kenne mich damit aus Das Problem ist Ich habe halt auch schon Tutorials und alles geguckt Wo gesagt haben Wie man das alles einstellen soll Das Problem ist Selbst damit gibt es immer noch Probleme Zum Beispiel wenn du dir den Den GagStream anguckst Den wir das eine mal hatten Da ist auch ein Problem Ist auch das Problem gewesen Er akzeptiert die ROM Also nicht mal die ROM Das ist ja eine Tatsächlich jetzt No joke War tatsächlich eine originale Disc Da habe ich die originale Disc genommen Aber selbst da hat es dann immer Gestockelt und gerückelt Und Gedingelt und gepingelt Wait a second Ich kann nachgucken Welchen ich habe Äh Give me one hot second Ja hier Ähm Ist er das? Ich meine ich habe es mehrfach versucht Deswegen Ich habe auch den PPSSPP Also den PSP Emulator Selbst der funktioniert gut Auch wenn die Grafik Irgendwie echt beschissen ist Und ich weiß nicht warum Ja ich glaube das ist der Ähm EPSXE 1.6 I guess Ähm Ich meine 1.6 Ja EPSXE Das Ding ist mir Möbel Retroarch Retroarch Oder PSX Magst du mir das mal sonst Äh Auf Twitter schicken Sowas Und wo ich das eventuell auch herbekomme Das würde ich mir dann doch gerne mal angucken Bei EPSXE ist Weird Wie gesagt ich habe es genau nach Anleitung gemacht Und trotzdem Die CD-ROMs Wirklich Also ich habe die Meine originale Disc dafür genommen Das ist jetzt mal Mal ohne Joke Mal ohne Eigelb Und es Es wundert mich dann halt immer Hab leider kein Twitter Könntest du ja euer Discord privat schicken Oder schick's Äh Auf den Server Ja Schick's einfach auf den Server In ähm Gamertalk Tag mich da einfach Und dann Guck ich mir das nachher mal genauer an Weil das wäre eine große Hilfe für mich Weil ich habe Schon seit Ewigkeiten Probleme Diesen Die scheiß Playstation 1 Spiele Mal wieder zum Laufen zu kriegen Oder generell zum Laufen zu kriegen Meine Isos sind da ja sowieso schon mittlerweile schwer genug zu finden Bist du ich weg mit deinen scheiß Invincibility Frames Und Knacklappen Aus dem Drag Du hast kein Kein Twitter Ich meine du hattest mich mal auf Twitter angeschrieben Aber Es kann auch sein Dass ich mich da jetzt komplett irre Sie sieht halt so richtig Generic Princess aus Ich meine to be honest Es wird mir schon reichen Wenn ich einen PS1 Simulator hätte Wo meine Disc richtig abspielt Aber ich habe kein Problem damit Playstation 1 Spiele zu kaufen Die Dinge sind aktuell fucking günstig Genau wie Playstation 2 Spiele PS3 auch to be honest Es ist nur Nintendo Spiele Wo fucking teuer sind Bis zum bitteren Ende Und das meine ich jetzt ernst Also Nintendo ist Das witzige war ja Nintendo hat hier mir eine E-Mail geschickt Also in diesem Newsletter Und haben nach einer Umfrage Also haben nach einer Umfrage gefragt Ich habe gesagt Ja mach ich Und dann haben sie am Ende Nach Verbesserungsvorschlägen gefragt Und ich habe gesagt so Ah fix your fucking online Also jetzt nicht in dem Ton Fix your fucking online You're scamming people Und zum anderen habe ich gesagt Fixt mal eure Preise Ich zahle keine 60 Euro Für ein fucking Spiel Was 4 Jahre alt ist 10 von 10 Writing Skills Ja Das Spiel war bekannt Für seine deep Story By the way Dieser Boss Hat mich als Kind gestompt Ich bin ewig und 3 Tage Hier nicht weiter gekommen Dabei ist dieser Boss So fucking einfach Und er sieht so fucking weird aus Oh das Scheiß Wenn ich mir jetzt mal Das Ding genauer angucke Er sieht aus wie ein Katzenfisch In einem fucking Mech Suit Ja aber Klein Schoschmann War hiermit total überfordert Könnte aber auch daran liegen Dass sein komischer Donnerball Fucking brutales Homing hat Und man da mehr drüber springen muss Als alles andere Und by the way Es regnet Geld Warum auch nicht Hab die Links gepostet Alles klar Danke dir Ich ging im dritten Level Von Nicktoons Unite Ein ganzes Jahr fest Ich glaube wir hatten Als Kind alle so ein Spiel Oder generell so ein Spiel Und dann so eine Stelle Wo wir ewig festhingen Bei mir war es bei War my man hero genau hier Der erste Boss Der war mir einfach zu über Was war das denn bei euch so So als Kind Was waren so eure Stellen Wo ihr denn so Überhaupt nicht weiterkamen Günther Günther Richtig Bei mir war es Battle Tanks Global Assault Die erste Konvoi Mission Nie gehört Ich hing für drei Jahre Beim Final Boss von Clonoa Empire of Dreams fest Clonoa hab ich mal gehört tatsächlich Aber nie selber gespielt Bonus State Bonus mag ich sogar Das ist Von mir gelegen Der Löwe Ja Unter Wasser Oh der war fies Ja Ich erinnere mich Bei mir war es aber auch Diese Katzentuse nachher Die war auch fucking ätzend Wenn du noch Fragen zu den Emos hast Dann kannst du mich gern fragen Geil danke dir Also ich werde das erstmal Nachher ausprobieren Muss man da viel vorbereiten Viel selber machen Oder einfach anschalten Also einfach runterladen Anschalten CD rein Ich bin fertig Und Bianca aus Pokemon Silver Die bitch ist ja auch Stupid Wie gesagt mir wird es schon reichen Wenn ich einen Emulator habe Wo meine Playstation 1 CDs Die die ich original habe Wo die vernünftig laufen würden Das würde mir schon vollkommen reichen Und dann natürlich halt Ja Spiele kann ich mir dann Immer noch Einfach kaufen That's not a problem Kannst du dir Wie ein Arcade Spiel Mit Panzer N64 Vorstellen Moment mal War das nicht das Spiel Oh warte mal War das nicht das Spiel Ähm Mit dem Teddy Als Werbung Als Werbung Die Werbung hat Hol mir mal gezeigt Oh die Werbung ist toll Hab ich nie gesagt hätte Dass ich mal sage Boah die Werbung ist toll Ich meine Die war mit dem Teddy Hot Oh fuck Hau ab Der Geknallter Knödel Oh yes Thanks Kannst du eine fucking Nuke entsetzen Das Spiel klingt eigentlich nach Fun für mich Warum hab ich das nie gespielt Das klingt ein bisschen wie Ähm Wie Twisted Metal Hab ich auch nie gespielt Obwohl ich irgendwie so das Gefühl hab Es würde mir Voll gefallen Äh Eher weniger Bei Retro Brauchen sie Ein weniger Set Aber eine PSX Braucht nur die BIOS Datei Okay Fuck Oh genau rein Ach fuck Kann man zu zweit spielen Oh wie cool Das klingt nach Fun Sounds like Fun Battle Chains Ich meine es war die Werbung mit diesem Teddy Der total annihilated wird Sagt das hier jemandem was Weil ich meine es war das Spiel Und by the way ich mag die Texturen von den Von den Blobs Das sieht irgendwie fancy aus Das sieht so slimy und so So wopschig aus I like that Generell das Spiel sah an sich grafisch gar nicht so schlecht aus Wenn wir mal ehrlich zueinander sind Das würde ich aber gerne nicht krepieren Ich würde auch gerne nicht durch eine Bubble krepieren Oder durch Fuck Und hab Energie Scheiße Das war das mit dem Teddy Oh Die Werbung ist so toll Die Werbung ist so toll Kennt ihr die? Hab ich mal so gefragt Wer kennt die hier nicht? Weil die Werbung ist echt toll Ja ich zeig euch die sonst gleich I don't fucking care Ich hab gesehen Dass YouTubes System sowieso Komplett busted ist Also Weil das Werbungsvideo Ne All was ich mit Mit den LH Leuten gemacht hab Es wurde nicht gekoppt Ich hab echt gedacht Ich krieg da die Derbsten Copyright Probleme mit Aber ne Ein Video über Werbung Wird als nicht Wird als nicht Werbefreundlich empfunden Das musst du dir mal Auf der Zunge zergehen lassen Das ist fucking Werbung Es ist nicht werbefreundlich Also mittlerweile ist immer mehr Werbung Werbefreundlich Das ist Totally retarded Das ist absolut dämlich Wow 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 Nur die Dinger hier Dankeschön Yeet Geh Weg Blop Die wollen nicht Dass Nachbarn sich wegen Kirschen verklagen So nett war wahrscheinlich Na unter Wasser Oh die Stage Oh ne Nein Nein Reis gibt's nicht Kein Reis für euch Aber ich mag die Unterwassermusik hier Kein Reis für euch heute Wie viele Leben habe ich Fünf Alter Ich bin als Kind ständig Game Over gegangen Heute frage ich mich Why Oh mein Gott Frame Legs Ich bin's Vad Control Die 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 Okay. Was the fuck is that level? This level is bullshit. What the fuck is the stage? Ich will nicht wissen, was das für Löcher sind. Wer will das schon wissen? Guck dir mal an, wo uns das hinbringt. Ich glaube niemand möchte wissen, was das in Wirklichkeit für Löcher sind. Können wir wieder Yu-Gi-Oh Community-Duelle machen? Ich weiß nicht. Community-Duelle ist immer so stressig. Aua! Vor allem, ich müsste erstmal wieder so weit hinterher kommen. Weil ihr wisst, wie viel Yu-Gi-Oh mir fehlt an sich. Ich habe irgendwann nur mit Zeug rum experimentiert. Aber andere Leute haben so richtig krasse, multifunktional Omega-Dev-Decks. Wo ich mir gedacht habe, so what the fuck? What the fuck? Wer ließ sich die ganze Scheiße eigentlich durch? Zum Beispiel gar nicht wissen, wie weit... Ich habe meine Meinung, Ojama Mirror Match gesehen. Es war interessant. Du hast fucking hier... Ratter gesehen? Rank 10? Ja, den Typen habe ich auf Abo. Der ist interessant. Der macht interessante Yu-Gi-Oh Videos. Ja, den Kerl habe ich auf Abo. Der ist nice. Der macht guten Stuff. Sehr guten Content. By the way fragt nicht, warum sie hier nur Ambienz-Musik haben. Beziehungsweise einfach nur Ambienz-Sound. Wasser. Gibt jetzt sogar ein Dragon-Made-Deck. Ich glaube, ich muss mal wieder Dings installieren, ne? Ich glaube, ich muss mal doch wieder Dings installieren. Hier, Death Pro installieren. Und mir ein Deck bauen mit dem Namen Eat My Tail. Was war das mit meinem Ambienz? Ich hatte so ein komisches Gefühl gehabt. By the way, ich meine, das ist die gesamte Cutscene hier. Dieser Backdrop, ey. Ah ne, da passiert auch noch was. Nice. Vor allem ist es an sich schön, wie die Level hier tatsächlich verbunden sind miteinander. Manche. Meistens. Häufig. Fuck. Warum ist es mir so stressig? Ich kann einfach zurückgehen. Ist nicht wie ein Diana Jones hier. Ne, aber doch, wenn ich so einen funktionierenden Playstation-1-Simulator hätte, wo ich meine ROMs drin spielen kann, das... Wäre schon echt funky. Es gibt da einige Spiele, die ich entweder gerne mal neu angucken würde. Obwohl, das ist ja viel zu klein. Das ist ja viel zu klein. Das geht ja gar nicht. Äh, Streamlabs. Das geht ja mal gar nicht. Das ist ja viel zu löschen. Kann ja gar keiner sehen. Gelato-Chan, danke dir aber fürs Followen auf jeden Fall. Das wollen wir jetzt ja nicht vergessen. Warum habt ihr mir gesagt, es gibt einen Dragon-Made-Deckes? Da jetzt bin ich sogar neugierig. Ich weiß, ich bin so neugierig, ich will das mal kurz nachgucken. Gib mir mal kurz, ich will mal wissen, wie diese Karten aussehen. Yu-Gi-Oh! Dragon... Dragon-Made. Are you fucking serious? Wirklich? Das sind echte Karten? Weil ich sehe jetzt hier gerade nur... Doch, hier, ich sehe... Ja, natürlich sehe ich jetzt einen arschvoll Fan-Made-Karten, wo nicht real sind. Okay, wenn das ne Dragon-Made ist, ich akzeptiere es. Aber das war so klar, sobald ich das eingebe, ne? Weil ich wusste, dass du darauf anspringst. Ja, aber ich... Ähm... Yugi-Pedia. Gibt offenbar noch nicht so viele, ne? Das ist im Grunde, ne? Das sind noch OCG-Beta... Getting blue balled hier. Getting fucking blue balled. Da ist er wieder. Dreckiger Eismann-Huernsohn. Und ja, ich hab den immer noch nicht vergessen. Das ist mittlerweile Jahre her. Aber guess what? Du vergisst nicht, wenn du in einem heißen Sommertag ein Eis möchtest und diese Sackgesichter einfach an dir vorbeifahren. Das vergisst du nicht. Alles, was ich wollte, war ein Eis. Und alles, was ich bekam, war Enttäuschung. I will never forget. I will never accept. Bisschen laggy. Ich hab ganz vergessen, dass es im Wasser keine Invincibility Frames gibt. Eismann-Zerstörungsmaschine. I would if I could. Sun, moin moin. Echt jetzt? Geh weiter. Ich hab hier mehr verloren, als ich wollte. Kannst du mir Knödel. Du, 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 du. Gut gezielt, kleiner Blob. So nett war er. He sniped me. I got fucking sniped by a Blob. Magst du? Danke. Bäh. Dieser Block kann meiner der ganz Großen werden. Fuck this. Double fuck this. Ich geh einfach. Dragonmaid-Deck. Ich will ja nicht sagen, dass sie halt Ideen kopieren wie sonst was, aber... I mean, I don't fucking mind. Das sind Dragonmaids. I love this idea. Die langsamste Faust der Welt. Sie war hier, um mich zu holen. Oh nein, was soll ich tun? Warum frage ich nicht die laufende Tonne? Besser gut kopiert, als schlecht selber gemacht. Ja, doch, ja. Außerdem, das eine Design, was ich da jetzt gesehen habe, sah jetzt auch nicht so schlecht aus, to be honest. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Aber das eine Design, was ich da jetzt gesehen habe, sah nice aus. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich würde mir Booster davon holen, wenn die irgendwann rauskommen. Aber ich meine, gut, bis das passiert, ne? Das wird, glaube ich, noch ewig dauern. Oh, das ist die Stage. Oh, die lag so schön. Future No, moin moin. Und Niki, moin moin. Oh ja, ohne Scheiß. Also hier, ich würde mir, wenn ich, äh, wenn ich rauskriegen würde, dass es diese Dragon-Made-Karten hier halt in Boostern halt hier in Deutschland gibt oder generell irgendwie zu kaufen gibt. Von mir ist es auch in Englisch, I don't care. Würde ich mir holen. Da wäre ich bereit, Geld für auszugeben. Ich glaube, da würde ich sogar, würde ich so weit gehen, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, mir ein Display zu holen. Scheiße. Das habe ich einmal gemacht. Das fand ich echt ziemlich witzig, um ehrlich zu sein. Da habe ich mir ein etwas älteres, ähm, Dings geholt. Display. Habe ich sogar ein Unboxing zugemacht. Da habe ich damals sogar ein Unboxing-Video zugemacht. Warum wollen wir meinen Hero und nicht 64? Weil 64 ist so, ich will nicht sagen, schlecht, um ihn mir zu wählen. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich hatte einfach mehr Bock auf Bomberman Hero. Ich weiß auch nicht. Das ist so der Teil, der mir eher im Herzen geblieben ist, als, äh, als 64. Aber 64 mache ich auch irgendwann als Power-Stream. Also da, äh, sei immer unbesorgt. Ich finde, die Fernsteuerbomben sehen echt merkwürdig aus. Und das Leben schon wieder drin. Oh. Sehr wahrscheinlich, die haben schon eine große Fanbase. Och, na dann. Dann muss ich mich ja nur noch irgendwie auf dem Laufenden halten und dann mir die Dinger holen, wenn sie rauskommen. Gebe ich mal. Mach ich mal wieder das, was ich seit Ewigkeiten nicht gemacht habe. Ich gebe einen Haufen Geld für Karten aus. Und mache dann Unboxing. Einfach um Dragon Mates zu haben. I don't fucking care. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich darf mir so viele Sammelkarten und Cornflakes kaufen, wie ich will. You can quote this, by the way. Alles für den Dragon Mates. Alles für den Club. So nett war ja. Ich meine, mal so doof gefragt, für wie viel geht so ein relativ neues Display? Also so ein ganzes Display auf dem Markt. So grob gefragt. Ja, die sind ja nicht weg, ne? Kannst du dir immer wieder angucken, wenn du möchtest. P-Bot. Pot. Topf. Dose. Silber-Creature. Das geht von 30 bis 60 nach meinem Wissensstand. Auch das ist ja noch legit. Wäre ich bereit. Willst du nicht nochmal Gregory Horror Show streamen? Ne. Not again. Das Spiel ist schön und toll, aber nochmal nicht. Also es gibt das originale AP von damals und es gibt auch den, ähm, das Re-Let's-Play davon. Sind beide auf meinem Kanal zu finden. Das Spiel ist schön und toll. Super Mario Sunshine Sunshine, da habe ich an sich auch nichts gegen Sunshine ist sowas, das kann man immer mal wieder spielen Ich meine, ich habe es auch letztes Jahr zu einem Sommerstream gehabt, meine ich Das war denn bei einem 12 Stunden Stream mit dabei Ey, 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 Pepsi Man würde ich wirklich machen und das weißt du I will give not a single shit Was andere Leute sagen, sobald ich die Möglichkeit habe, Pepsi Man zu streamen I fucking will Crazy Bird Das willst du nie rauskriegen, dass ich sie einfach auf die Uhr gestellt habe Ah ja, die Stage Die hat mich ja als Kind auch ziemlich zerschancen Weil ich immer nicht wusste, dass du einfach nur alle U-Boote zerstören sollst Ich dachte immer so Ja, wieso komme ich denn nicht weiter Was mache ich denn falsch Und dann, ne Hat klein Schoschmann einfach irgendwann alles kaputt Halt auch alle U-Boote und dann, ja Hat es noch einmal funktioniert Energie Oh, danke Yes Komm, ich liebe ja diese Polygon-Raketen, ne Die sehen teilweise so bescheuert aus Falls es mit den CDs nicht klappt Sachen, sag Bescheid Besorge dir die ROMs Uh Ich meine, ich habe sowieso mittlerweile Probleme So an ROMs zu kommen Vielleicht bin ich einfach nur dumm Das kann auch sein Aber mittlerweile ist es ja echt schwer An ROMs und alles zu kommen Mein gut, ich habe jetzt halt noch so Meine Sammlung An ziemlich viel Zeug Das ich mir halt damals geholt habe Immer direkt Wo es halt noch ging Aber jetzt mittlerweile Ist ja echt ätzend Ich meine, ich hätte ja nicht mal ein Problem Wenn man wenigstens eine Alternative bekommt Aber jetzt so Nintendo zum Beispiel Ist ja da wirklich Ja, ne Wir möchten einfach nicht, dass ihr alte Sachen von uns macht Wir möchten einfach nicht, dass ihr das überhaupt irgendwie spielt Spielt das Neue von uns I don't give a shit Aber das ist etwas, das mir bis heute nicht in den Kopf will mit der Switch Warum keine Virtual Console? Geld würde sich basically von alleine drucken Not kidding Also Geld würde sich absolut alleine drucken Wenn ihr für die Switch eine Option geben würdet Dass man GameCube N64 Und solche Spiele kaufen könnte Spielt das Neue oder NES? Ja, nee, NES will doch keiner mehr Na gut, keiner mehr ist jetzt auch übertrieben, ne? Aber NES ist so Ja, weißt du, das ist so Nach dem Motto Wir pokern auf Nostalgie und das war's Nicht alles, was gut war War nur NES Und Spoiler Einiges auf der NES war sogar ziemlich shit Also von daher Gebt doch den Leuten die Option Mal hier, ne? Mein Gott N64 Super Nintendo Es gibt so viele Klassiker auf diesen Konsolen Fucking hier, äh, von der GameCube Wii Ja gut Wii ist halt, da habt ihr euch ein Grab mitgemacht an sich Weil die Controller kannst du halt mit der Switch nicht, shit doesn't work Also es wird nicht wirklich funktionieren Wäre vielleicht auch irgendwie machbar Indem man so einen Remote Adapter oder irgend so was Anbietet oder so Bei Nintendo tut ja immer so, als ob das hier alles, äh, nicht mehr existiert Und ich sag es immer wieder Ich, ich will Nintendo ja nicht hassen Aber Nur weil sie nostalgisch sind, heißt das noch lange nicht, dass sie hier immun gegen Kritik sind Und dass man keine Verbesserung, äh, erwarten darf Zu einem aktuell schon guten Produkt Aber die Preise müssen definitiv mal angepasst werden, da Einfach, fuck's sake Ich zahl keine 50 Euro für fucking Skyrim Dieses Wucher Shit, ich dachte hier war irgendwo full health Na gut, dann nicht Oh ja, mit Double Dash ist auch nice Double Dash war ein nices Mario Kart Ich verstehe auch, dass irgendwann halt mal die, die, äh, Server geschlossen werden müssen, klar Äh, die im Endeffekt auch nur ein Emulator ist, ja Und das ist halt auch so das Problem Na, von wegen Emulatoren und so nicht wollen, ist verständlich Kann ich definitiv verstehen Aber dann bietet doch den Leuten wenigstens nur eine Alternative Man ist doch bereit zu zahlen Problem Skyrim to go ist schon, muss ich ehrlich gestehen, ist schon eine verlockende Idee Also dass du Skyrim spielen kannst Weil ich bin jemand, ich könnte Skyrim immer mal spielen Das, ne Im Grunde Skyrim ist das einzige, was mir von einer Ex geblieben ist Weißt du, sie hat mich verlassen Sie hat Frau und, äh, Kind und Hund und Haus und Hof und Boot Aber ich hab fucking Skyrim Ich hab Skyrim behalten und was hast du? Bleh, okay, sorry Also man könnte sagen, ich bin derjenige, der in dieser Situation gewonnen hat Ich durfte Skyrim behalten Ich finde, by the way, diese Mom-Bots hier echt merkwürdig Für die Switch kommt eine Complete Edition von Digimon Cyber Sleuth Oh ja Ich fand das Spiel nicht schlecht Aber ich fand es jetzt auch nicht wirklich, äh, für mich streamfähig Er hat sich einfach zu sehr gezogen dafür Aber so viel to go? Warum nicht? Finde ich gute Idee Aber Nintendo muss echt, was den Online-Store angeht, echt mal in diesem Jahrhundert ankommen Da sind die mega hinterher Virtual Console abzuschaffen war ein mega Fehler Und das ist auch ein Grund Äh, ganz ehrlich, warum ich, äh, kein Freund von Game Downloads bin Sondern von physischen Kopien Weil Nintendo hat uns gezeigt, so Mensch, ihr habt, was weiß ich, wie viele Euro für, äh, Virtual Console ausgegeben Ja, mach mal alles dicht Go fuck yourself Euch gönnen die Spiele jetzt nicht mehr Das ist halt so dieser Punkt, wo ich nicht verstehe, warum Das ist halt, als würdest du Geld drucken, aber Shit's weird Aber auch wie gesagt, das ist nicht alles schlecht Das ist nicht alles schlecht, was Nintendo in letzter Zeit gemacht hat Ich meine, dass sie hier Nintendos, äh, Club der besonderen, äh, der besonderen gelöscht haben War im Grunde Für mich persönlich als Content Creator mehr als nur welcome Weil ich hatte echt die Faxen dicke Dass du wirklich Nichts mit YouTube machen, äh, nichts mit Nintendo machen durftest Weil du Angst haben musstest, dass Nintendo Die Scheiße aus deinem Arsch rausklagt Das war leider wirklich eine Zeit so Wo Nintendo wirklich, wie der Teufel hinter der Seele, hinter jedem her ist Oder her war, der irgendwie Nintendo-Content gemacht hat Was schade ist Irgendwo zeigt es dann auch nur so ein bisschen, dass man nicht wirklich kritikfähig ist Wenn denn mal jemand was dagegen sagt Spielt das neue oder spielt fucking Resident Evil 4 zum zwölften Mal Oh, passt auf, jetzt kommt wieder Günther Watch this Oh, Günther Günther hat er gesagt Okay, sorry Günther hat er gesagt, Asterix Dummes Arschloch hat er gesagt, Asterix Das ist ein Insider, den wird gerade niemand verstehen, außer ich Und vielleicht Leute außer Konfi Wir haben so ein, äh Wir haben so eine Tradition bei uns in der Konfi Meistens, wenn wir irgendwie ein Treffen haben Gucken wir irgendwie mindestens ein oder zwei Asterix-Filme Asterix- und Obelix-Filme Und, äh Meine Güte Die Filme waren damals teilweise echt merkwürdig Aber, trotzdem auch verdammt gut Nein Oh, der Asterix-Filme sind gut Super weird an einigen Stellen, aber auch ziemlich gut Passiere ich einen 38, das ist einer nur davon Ohne Scheiß, guckt euch mal Wenn ihr die Möglichkeit habt, ne Guckt euch mal Nicht, ähm Also ihr könnt ja jeden Asterix-Film gucken Die sind alle ziemlich gut Ähm, aber guckt euch nochmal Operation Hinkelstein an Der Film ist so fucking weird An so vielen Stellen Und das Voice-Acting Das deutsche Voice-Acting Ist so fucking Sickening Das ist so toll einfach Weißt du, es gibt diese eine Szene Wo der eine Römer in so einem Topf feststeckt Fragt mich nicht, wie er es gemacht hat Und der Legionär sagt so Kommst du wohl da raus? Und er so Nein! Rastet voll aus Das ist total schön Wirklich Guckt euch mal Operation Hinkelstein nochmal an Der Film ist so fucking gut Das ist peak Performance Wer hätte nochmal Yerzi von Zero Punctuation zu Nintendo gesagt And we all keep squeezing them until your love turns into money Ja, so böse es auch klingt Ich hab den Evi nicht mehr gesehen Aber er kann mich genau dran erinnern Kommst du wohl da raus? Nein! Spackt einfach total ab Aber nicht mal so das Operation Hinkelstein war fucking weird Der Film ist fucking weird Ja, das ist ein fucking Arthouse-Film In Asterix und Obelix-Verkleidung Ich meine, so gut Asterix erobert Rom auch ist Da müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren Der Film ist ziemlich gut Mit Passierschein 38 allein schon Aber der Film war auch verdammt gut Operation Hinkelstein ist Es ist ein Fetisch-Film An einigen Stellen auch Sorry, das muss man mal so adressieren Aber an einigen Stellen ist es ein fucking Fetisch-Film Das ist merkwürdig Das ist ein Kinderfilm For fuck's sake It's a fucking Fetisch-Movie Aber ja, das ist, ne? Wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt Guckt euch nochmal Operation Hinkelstein an Oder wenn ihr die Möglichkeit habt Guckt euch alle an Die sind alle verdammt gut Asterix der Geier war unter den deutschen Sprachoptionen Auch Kölner Akzent Hast du mal Asterix auf Kölnisch gehört? Was? Echt jetzt? Ich hab die DVD Ich hab die Collection bei mir Ich versuch das nachher Ich schwör's dir Ich guck mir fucking Asterix der Geier Auf Kölnisch an Oh shit Don't die Guck mal wie happy er ist Gab ja auch eine Erkan und Stefan Was? Wie können die Wie können die Wie können die diese Vollmongos wagen Fucking Asterix und Obelix zu verdöden Ich meine Ich hab so Ich hab eh mal gehört Es soll Von Asterix und Obelix immer so Verschiedene Akzentversionen geben Weil ich meine Das konnte man immer in den Previews gucken Da haben sie die anderen Filme vorgestellt Zumindest war es auf den Kassetten damals so Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre Aber ich meine Es gab auf den Kassetten Immer Previews zu den anderen Filmen Und die waren dann teilweise auch in anderen Dialekten Ich erinnere mich an eine Stelle wo Miraculix gesagt hat Alte Kratzburg Deswegen Schon nice Gab schon Asterix bei den Briten auf Schwäbisch Was? Das wird ja mal besser Keeps getting better and better Blow up the turtle Die Erkan und Stefan Version Ist an sich nur das was auf Schwörer Deutsch Vertont Aka Willst du Dragon Fist Alter ich schirr Oh Gott Oh Gott Oh Gott Nein Please don't do this to my childhood Speed me Ich wusste by the way Immer damals nicht Dass man die Dinger hier auch machen kann Damage Boost Fuck that Oh fuck Nicht der beste Damage Boost Das Level hab ich damals so häufig gespielt Das Level hab ich als Kind so häufig gespielt Weil ich dieses Surfboard so geil fand Not even kidding Obwohl es eigentlich eher ein Luftkissenboot ist Als alles andere Wow Wow Ähm Komm dann wieder Bis denn Alles klar Es war schon immer schlimm Den Score für die 5 Punkte oder so Waren zu kriegen Ja Deswegen hab ich mir heute auch gesagt So Äh Für den Power Stream Mach ich das heute nur auf Ähm Ganz normal Und nicht auf 100% Weil für 100% Hab ich mein EP von damals Nice clipping Oh Bisschen laggy hier ne Meine originale N64 lag Yes Natürlich Das ist originaler N64 lag Das Schlimm ist Das würde mich nicht mal wundern Wow Also Black Doctor Ich hab damals Ähm Falls es Falls es dich interessiert Ne Äh Hab ich damals Ähm Das Spiel schon zu 100% gemacht Link dazu ist Äh Kann ich das Kann ich es noch mal reinschicken Warte mal Hab ich Hab ich noch glaube ich In meiner Zwischenleiste Ja Ist der hier nämlich Da Falls du es noch mal Oder falls du es dir generell mal angucken möchtest You can do that Ist immer da War nie weg Oh wow Verweisen zur Not Kommt heute noch Hyrule Warriors Mal schauen Je nachdem wie lange Das hier noch dauert Je nachdem wie lange Das ganze dauert God lasert Bomberman passt sehr gut auf By the way Oh wow Dieser Das ist mal ein Schatten Können wir dich überzeugen Einen der Final Fantasy Tactics Spiele zu streamen Wohl eher nicht Ich glaub da Das wird zu lange Generell RPGs sind immer so ne Sache Da sitzt der immer ewig dran Und das ist dann immer Und das ist dann immer Wenn du dann das Pech hast Das ist irgendwie Dass du der Einzige bist Der da sich dann Amüsiert Sag ich mal Das ist auch immer Das ist frustrierend Aber wenn man es dann nicht weitermacht Dann ist es für Denjenigen Der es vorgeschlagen hat Enttäuschend Und am Ende sind sie alle Unglücklich By the way Jedes Mal Wenn ich das Lied hier höre Muss ich immer an so ein Mashup denken Was ich mal auf YouTube gehört hab Ein Mashup von Feel Good Inc. Und dem Song hier Und dann hörst du die ganze Zeit immer I'm happy I'm feeling glad I got sunshine Ah ne das war Clint Eastwood Nicht Dings Inc. Clint Eastwood Sorry Also quasi du hast den Rhythmus Und dann hörst du die ganze Zeit I'm happy I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless Not for long Der Shadow will gerne wieder Final Fantasy XIV spielen Aber er hat Angst Dass er nicht mehr geschissen bekommt Ja im Grunde Ich halte mich selber zurück Ich mein ich Mochte das Spiel selber Ne Ich mochte es ja selber Muss ich gestehen Aber Ich weiß ganz genau Wenn ich das Wenn ich mir wieder Spielzeit hole Dann bin ich wieder da Wo ich angefangen hab Ich stream tagelang nicht Mach nix anderes mehr Und dann Dann sind wir alle traurig Weil ich dann einfach nur noch Nach Möglichkeiten suche Mir irgendwie den Den Shop zu unterjochen Und dann zu Leuten sagen kann I'm gonna sell some bread now Was by the way Offenbar ein fucking Gimmick geworden ist Unter manchen Leuten Auf dem Server Finden das super lustig Wenn jemand sagt I'm gonna sell some bread now Hoff ich nur sagen Wollte dass ich fucking Arbeiten gehe Und jetzt Brot verkaufen werde Geil Ich wurde von der Welt Langsamsten Faust getroffen Ich mag den Soundtrack Es ist nicht super spacey Der Track würde auch Gut zu Clint Eastwood passen Das kann man ausprobieren Warte mal Das ist ja das Schöne An dem Soundtrack Warte mal Ich kann mal was anderes ausprobieren Das liegt hier schon Seit längerem rum Ähm Das könnte man mal versuchen Bis da mal die Lyrics anfangen Das dauert ja immer Ich lass mal einfach laufen Mal gucken ob das Ob das funktioniert Wake up Grab brush and put a little makeup I'll discuss the way to shake up Why'd you leave the keys upon the table Here you go create another fable You wanted to Grab brush and put a little makeup You wanted to I'll discuss the way to shake up You wanted to Why'd you leave the keys upon the table You wanted to Why don't you trust In my self-righteous suicide Könnte Ein bisschen Ja doch Kann man durchgehen lassen Warte mal Gibt's ähm Gibt's das? Clint Eastwood Eastwood Um Vocals Vocals only Eastwood vocals only Yeah Now you shouldn't be scared I'm good at repairs And I'm under each snare Intangible That you didn't think So I command you to Panoramic view Look I'll make it all manageable Pick and choose Sit and lose All you different crews Chicks and dudes So you think it's really kicking tunes Picture you getting down In a picture tube Das Bild ist by the way auch perfekt dafür Okay der Part ist zu schnell dafür Warte mal Das passt Vielleicht ein bisschen langsamer Warte mal Das können wir doch alles machen Wir haben doch die Macht YouTube gibt einem doch die Macht Machen wir mal So Ah geil Ja If the drugs kick in Okay gut Lassen wir das für heute No more mashups Ich bin dafür nicht DJ genug Das überlasse ich lieber den Leuten Die Ahnung davon haben Von sowas habe ich einfach Null Ahnung Das ist das Schöne Du kannst ja Videos auf YouTube Mittlerweile nach Belieben Verschnellern oder verlangsamen Weißt du Das können sie Aber ein vernünftiges Copyright System Das ist zu schwierig Weißt du Das ist dann schon wieder Out of Limits Ich kann es vergessen Dass ich hier diese Dinger sammeln muss Es gibt generell Was so mashups angeht Es gibt einen YouTube Channel Der heißt Botanic Sage Oder halt BS Einfach nur Der macht auch verdammt gute Mashups Von denen habe ich so ein paar gehört Zum Beispiel Gibt es Donkey Nee Donkey Kong Nee Mortal Kombat Was ein Mashup aus Donkey Kong und Mortal Kombat ist Das klingt super bescheuert Oder Generell Der Typ macht verdammt gute Mashups Hat Silver Gunner sehr empfehlen Lädt der nicht nur Soundtracks hoch? Also halt nur Game Soundtracks? Weil Silver Gunner sagt mir was Also wie gesagt Ich meine Der hat immer nur Hat nur Das hochgeladen Hat nur die Soundtracks High Quality Rips Ja Ja gut Aber mit High Quality Hieß es denn ja auch Von wegen Alles Ne Also Und Mashups Achso Sound Design in dieser Stage Ist Oh Oh ja Oh da bekommt man noch Bock Auf die Stage Ich weiß ja nicht Wie es solch geht Aber ich möchte mir nur Geringfügig die Ohren durchstechen Schalt den Wagen ab Wir hatten das bei uns mal hier in der Straße Irgendwo war eine Alarmanlage losgegangen Von einem Auto Und der Typ hat das irgendwie für über eine Stunde Nie ausgemacht Hier macht das offenbar auch keiner aus Was du meinst ist glaube ich Gilver Sunner Der lädt normale Soundtracks Ja das kann sein Ich glaube ich verwechsel die Heiztade Ich will aus diesem Stage raus I want to pierce my ears Oh danke Fucking hell Fucking hell yes Finally some peace and quiet Oh nein Wie kann man einen Gegner so fucking nervig machen Oh Digga halt deinen Maul Oh ich will hier raus Ihr werdet bekloppt hier Achso Das hier ist auch ein geiles Level Wo sehr gut mit dem nächsten Level in Verbindung steht Also wo sie wirklich nahtlos ineinander übergehen Und das finde ich einfach cool Fucking hell Ne aber Speaking of Final Fantasy XIV Ich persönlich liebe immer noch den Soundtrack von diesem Spiel Also ich habe eine Menge davon Mir höre ich sogar auf privater Ebene Und ich bin an sich eigentlich niemand Der Soundtracks ohne Vocals hört Also für mich gehören Vocals immer so mit dazu Deswegen ist es bei mir immer so Ich bin immer sehr wählerisch Was dann Musik angeht Es musste noch so ein bisschen Vocals haben Wo mit interagieren Und ähm Ja Final Fantasy XIV hat jetzt nicht unbedingt überall Vocals Oder halt nur Sehr milde Werden nur sehr milde benutzt Aber das ist schon Die werden dafür schon sehr gut benutzt Zum Beispiel Der Theme von Garuda Der Theme von Garuda ist Bombe Und da gibt es kaum Lyrics an sich Aber der Theme ist trotzdem geil Oder wo ein bisschen mehr Lyrics drin ist Ist der Theme von Sephiroth Ich bin so weit nicht mal gekommen Um genau zu sein Ich meine ich habe mit Final Fantasy XIV Kurz vor Shiva aufgehört Tschernobyl Moin Moin Und mir hat man Mir hat man immer gesagt Ich war ein verdammt guter Tank Ich habe Krieger gespielt Mir hat man immer gesagt Ich war ein verdammt guter Tank Ich habe selber Das ist wie bei mir auf der Arbeit Ich sehe irgendwie immer nur Dass ich meine Arbeit mache The End By the way Von dem Ding will man nicht gegessen werden Das Bringt dich in die Doofzone Hackmann und Steinmann Ja Da erinnert sich noch wer An meine An meine Setnamen Ich habe einfach meine Namen Meine Sets immer so genannt Ich habe zum Beispiel halt Gartenmann Oder mein Mein Angler Mein Angler habe ich Fischmann genannt Mein Krieger war Kloppmann Mein Pikinier war Pieksmann Dann hätte ich irgendwann mal den Dunkelkrieger gekriegt Hätte ich ihn Dunkelmann genannt Und Was hatte ich noch Ich hatte so viel Ich habe sämtliche Hersteller und Sammler gemacht Beziehungsweise ich hatte meine gesamten Sammler schon auf 50 Bevor ich meinen Hauptcharakter auf 50 hatte Wo mich schon Leute für bekloppt gehalten haben Weil ich meinen Gärtner Mein Gärtner hatte ich jetzt erstes auf 50 Dann mein Mein Minarbeiter Und dann mein Fischer Wobei im Moment Mein Fischer habe ich glaube ich noch gar nicht auf 50 Ich glaube ich habe auf 49 aufgehört Weiß wie Namen funktionieren Oder Schwarzmann glaube ich Oder? Oder Magiemann? Ich glaube ich habe lange mit mir selber diskutiert Ob Schwarzmann rassistisch wäre Und ob ich das überhaupt darf By the way This boss fight sucks Da ist der Scheiß So viel Mega Man Referenzen Nicht wirklich Ich habe es einfach offensichtlich gemacht Mit dir als Tank kann ich mich beruhigt darauf verlassen Dass du deinen Job machst Und nicht meinen machen kannst So in etwa ja Mein Schwarzmann rassistisch Wenn Schwarzmann rassistisch ist Das ist Schwarzmagier auch rassistisch Basically yes Weil ich meine Boah jetzt bin ich ja neugierig Ich weiß jetzt echt nicht mehr Wie ich meine ganzen Dinger genannt habe Mein Gärtner war Baummann Das weiß ich nicht Und halt Ja mein Minarbeiter war Steinmann Ich weiß halt auch nicht mehr Wie ich meinen Mein Beschwörer genannt habe Ich habe einen Beschwörer angefangen gehabt Also Oder wie halt die Die Vorklasse von den Karfunkeln heißt Habe ich angefangen gehabt Aber ich habe jetzt vergessen Wie der hieß Mein Gourmet hieß Das ist Fressmann Das weiß ich noch Ich weiß es gerade echt nicht mehr Das Ich habe Plattmann gehabt Das war mein Plattner Grobmann Das war mein Grobschmied Fressmann ist gut Ich habe mein Gourmet wirklich Fressmann genannt Manfred wäre auch gut Ja aber das passt ja nicht ins Konzept Habe ich meinen Dragoon denn auf Dragonmann um Ne ich habe ihn glaube ich Peakmann gelassen Peaksmann Oh hier ist das Hardcoaster Ist es das Ich glaube es ist das Das ist das schlimmste Level überhaupt Ja Bad Level Design 101 Das ist das schlimmste Level im gesamten Spiel Und man muss diese dummen Kristalle finden Das ist das schlimmste Level im gesamten Spiel Beschwörermann Ich glaube ja Ich glaube ich war so Ich glaube mir ist da nichts besseres eingefallen Ach man jetzt Ihr bringt mich darüber Dass ich über Final Fantasy XIV rede Mann Ich will die 144 Tage gratis Ja nicht mehr Ich würde auch Spielzeit verkaufen Gunbreaker wäre dann wahrscheinlich Knarrenmann Ja es wäre Knarrenmann Richtig ja Der hier Hier Guntyp wäre halt Ja Knarrenmann Yes By the way Schlimmstes Item was du haben Ganz im Spiel Hier zwei von diesen Kristallen sehe ich Aber ich weiß jetzt nicht wo das dritte ist Komm selber zu mir Schick deshalb Sklavenformat Ne so habe ich ihn definitiv nicht genannt Ich mochte mein Karfunkel Doch Ach gut ich sehe wo die ganzen Dings sind Aber trotzdem ist es so fucking tedious Hatte ich nicht noch eine andere DPS Klasse Ach man ich kann mich nicht mehr daran erinnern Wie gesagt es saugt jetzt bei mir dafür dass ich Bock habe mal wieder da Spielzeit aufzuladen Hä Ah ja Einer fehlt Wo habe ich denn den jetzt vergessen Ja die Framerate hier auch Aber ich glaube das hat überwiegend mit meinem Emulator zu tun der hier krepiert Da bekommen mal wer Lust auf Final Fantasy XIV Ja ich bekomme da leider echt noch drauf Ich mochte das Spiel schon Hä war das nicht hier Wo war denn der letzte jetzt Jeet An sich mag ich ja dieses Jeet Item Es ist irgendwo lustig Irgendwo scheiße Mein Sozialleben geht vor die Hunde Wenn WoW Klassik kommt Das kann ich mir gut vorstellen Bei manchen Leuten Ich kann halt mit WoW gar nichts anfangen Also mit World of Warcraft und allem Ich habe versucht eine Zeit lang Hearthstone zu spielen Aber Ja Hä ich habe den doch vorhin gesehen Den letzten Edelstein Ich hasse dieses Level Das ist das schlimmste Level im gesamten Spiel Hä da ist er wieder Achso der ist auf so einer Vorplattform Achso Hearthstone ist auch Trash Oh ja Mensch So kann man es natürlich auch sehen Lägt es mir an der Puppe Blöde Scheiß Level Oh Alter Man sagt das jetzt aus Ernst oder Aus Salz Das ist halt die Frage Die langsamsten Bahnen der Welt Neben der Deutschen Bahn Oh hör mir auf Mit der Deutschen Bahn Ich könnte ein gesamtes Rant Video Im Grunde über die Deutsche Bahn machen But I will not Just in case Seien wir mal ehrlich Das System der Deutschen Bahn Ist an sich echt fucked up Ich will jetzt hier nicht Mein Alufolienhütchen aufsetzen Ne Das möchte ich jetzt nicht Aber ich habe so eine Theorie Diese Theorie ist schlicht und ergreifend Die Deutsche Bahn macht absichtlich Verspätung Damit Ne Damit man bessere Oder andere Tickets kauft Tickets die teurer sind So wo führt mich das hin Boah Alter Wofür ist das da hinten denn Ist das der Der richtige Weil Denkt mal drüber nach Ihr habt bei der Deutschen Bahn Die Option Einen Spartarif zu nehmen Aber dafür Wenn die Bahn zu spät kommt Seid ihr gefickt Also Müsst ihr sowieso Ein komplett neues Ticket kaufen Und seid quasi gefickt Aber Wenn ihr mehr ausgebt Dann habt ihr halt Diese Versicherung Ergo Sie bieten euch im Grunde Das an Was Ne Sie bieten euch das Als Angebot an Wo sie das Problem Für erschaffen haben Oh warte Oh warte I fucked up Das müssen wir nur noch einmal Mit diesem Ding Bein erfahren Ein wenig von beiden Man wird praktisch Zu jeder Season Gezwungen Echtgeld auszugeben Bei RNG Kartenpacks Die sind meist Overpowered Im Vergleich zu den Vorigen Seasons Ja weil es halt auch Karten Nerfen und buffen Das ist halt das Problem Bei einem Online Kartenspiel Bei sowas wie Yu-Gi-Oh Da kannst du nichts Nerfen oder buffen Du kannst es halt Nur auf eine Bandlist setzen Und dann ist es weg Und dann ist die Karte weg Und dann darfst du sie Einmal nicht mehr spielen Oder halt nur noch einmal Im Deck haben So je nachdem So ist das halt Bei Yu-Gi-Oh zum Beispiel Wo halt auch ein Echt Kartenspiel ist Das kannst du halt So nicht bringen Aber Hearthstone ist halt Komplett online Da gibt es keine Echten Karten Wo sie sich irgendwie Daran halten müssen Ob die Karten Overpowered sind Oder nicht Da müssen sie nicht Über die lange Strecke gucken Ob die Karten Viable sind Oder nicht Das ist halt nun mal so Hearthstone ist nun mal An sich ein Free-to-Play-Spiel Wo du halt So Dein Dein Ding machst Das darfst du halt Nicht vergessen Es ist ein Free-to-Play-Spiel Und Free-to-Play-Spiele Werden halt immer so Diese Möglichkeit haben Und sagen wir mal ehrlich Also an sich ist Ist das was Blizzard Da macht Noch relativ human Weil es ist trotzdem Es ist immer noch Free-to-Play Ja klar You lose instant Also ich hab auch Nur verloren Basically Also Wenn du nichts gegen Verlieren hast Dann Ist das glaube ich Absolut Kein Ding Wow Blizzard und Bananasin Waren schon immer Magnete Die sich abstoßen Ja gut Das kann ich Mit Overwatch Tatsächlich bestätigen Da kann ich sogar Tatsächlich Fuck Da kann ich sogar Tatsächlich Nichts gegen sagen Wobei sie jetzt Wobei sie jetzt Bei Overwatch glaube ich So langsam Die Kurve kriegen So ganz langsam Bist du scheiße Wir haben noch genug Leben Also Ich hab nur noch Okay 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 I'm happy I'm feeling glad I got sunshine In my ass Aber hast du irgendwie Ich mein du hast keine Hände mehr Ich weiß By the way Salzbomben Für Schneckengegner You know Das ist halt auch so ein beschissenes Gimmick eigentlich Wenn ich das jetzt mal so sagen darf Salzbomben sind Verkacktes scheiß Gimmick Weil Ihr müsst euch das so vorstellen Ihr könnt nicht von Salzbomben wieder zurück wechseln Ergo Sobald ihr dieses Power-Up eingesammelt habt Kriegt ihr gewisse Sachen nicht mehr kaputt By the way Das Level heißt Mad Coaster Und das ist einfach mal die langweiligste Achterbahn überhaupt Hey Lifeforce Ne Also wie gesagt Overwatch ist halt auch so Overwatch ist da so mein Mein Problemkind Weil ich hab mittlerweile aufgehört Overwatch generell zu spielen Also halt nur noch sehr selten Ich hab halt mit Vor ein paar Wochen Oder vor einem Monat oder so Hab ich mit Hohl Overwatch mit Hausregeln gespielt Also Ja Wir haben es jetzt Hausregeln genannt Weil ich auf Twitch nicht Arschlochregeln schreiben darf Und Deswegen Haben wir es immer so gemacht Er wählt mein Champion Und ich will sein Nennt sich dann Arschlochregeln Das kann man Sind Regeln Die hab ich von Vivi gelernt Das kannst du in so vielen Spielen unterbringen Du kannst Smash mit Leuten spielen Und Arschlochregeln aktivieren So dass jeder Für den anderen irgendwie Die die Charaktere wählt Macht an sich echt Spaß Kann ich nur empfehlen It's really fun Zumal spielst du dann nochmal Charaktere Die du so nicht spielen würdest Eventuell Von daher Das war so Ganz witzig noch Aber Overwatch hat auch ein Hartes Problem Was Balancing angeht Also halt Balancing Und Dass sie halt Sie haben das Problem Sie kombinieren so die Competitive Szene Also halt die E-Sports Competitive Szene Mit dem was Ja Was man halt so spielt Was halt die Plebs spielen Weil Competitive ist Komplett für den Müll In Overwatch Kannst du dir richtig In die Haare schmieren Einfach wissen Wenn wir spielen sollen Ja es ist eine gute Idee Sowas Immer Overwatch kann ich nicht mehr spielen Es sei denn ich kriege irgendwie Switch Controller Da und laufend zu bekommen Ja Overwatch mit Handicap Das wäre auch noch witzig Ja aber Ranked Kannst du einfach Ranked ist sowas von Für den Arsch Das ist nicht mal die Tatsache Dass das das Schlimme ist Das äh Das hat LOL Genauso das Problem Das Du gehst in ein Match Einer lieft Und im Grunde Das ist schon Ne wenn einer lieft Das ist schon an sich Game over Weil In der Regel Kannst du das nicht mehr gewinnen Dann Ich hab es Immer noch Ich hab ein Match gehabt Das nennt sie Das ist bei mir auch bekannt Als das Weihnachtswunder Obwohl es kein Weihnachtswunder war Hä Wo ist denn der Dingens Bin ich grad doof Hä War das hier ein Fake Ding Aber ja So nach dem Motto Es gibt denn Leute Die gehen einfach Und Overwatch sagt sich dann so Ja Musst du halt mit leben Ne Natürlich war das Ding Fake Aber das ist halt Das was nicht fair ist Du wirst halt quasi Ähm Du wirst dafür bestraft Dass irgendwer Anders sich gedacht hat So Ich geh jetzt einfach Hast du noch Bezug Zu Sonic Gering Eher so zu den älteren Spielen Ranked ist halt einfach Krass RNG Based Vom Prinzip Ja Weil du musst echt hoffen Dass du nicht Irgend so ein Sackgesicht hast Der einfach sagt so Ja YOLO Leute Ich hau dir mal ab Ne Viel Spaß noch Und du wirst dann dafür Bestraft Obwohl du Dennoch versuchst Wirklich da irgendwas zu retten Und Overwatch ist ein Spiel Wo du Sobald du eine Person Weniger bist Kannst du eigentlich nicht gewinnen Hackbraten Danke für die Bits Und moin moin Wie gesagt Ich hatte ein Match In den ganzen Seasons Wo ich gespielt habe Und ich habe in der einen Season Tatsächlich richtig viel gespielt Einfach um auf Platin zu kommen Und äh Ja seitdem bin ich halt ja Platin Und in den ganzen Runden Jedes Mal wenn wer abgehauen ist Habe ich es nur einmal geschafft Haben wir es generell nur einmal geschafft Das Match noch irgendwie zu gewinnen Nachdem uns welche Nachdem uns einer abgehauen ist Das Sackgesicht ist sogar später Nochmal wiedergekommen Sag ich mal Ja what the fuck Jetzt haben wir dir das Match gewonnen Aber ich weiß ganz genau Sobald du einmal aus dem Match raus bist Ist es scheißegal Du verlierst es trotzdem Welche Projekte planst du für die Zukunft LPs Also LPs mache ich ja generell So nicht mehr in dem Prinzip Weil ähm Ich habe da gar nicht die Zeit Für noch Äh immer Videos rendern Und schneiden Und hast du nicht gesehen Und generell Ich habe ein ganzes Video dazu mal hochgeladen Von wegen dass das LP an sich So ein aussterbendes Prinzip ist Aber ich möchte halt so Immer noch Sachen So wie das hier Möchte einfach mal nur durchspielen Also von daher Ich werde jetzt nicht aufhören Im Sinne LPs zu machen Weil im Sinne ist es genau dasselbe hier Es ist ein LP Nur halt Ich nenne es nicht LP Naja also Das ist jetzt nichts worüber man traurig sein müsste Mach es wie Bird Person da im Hintergrund Und stell dich wie so ein Beef Lord hin Weil ähm Wie gesagt Das LP Ist an sich nur eine episodenweise Ähm Gameplay Mehr nicht Und ich finde Ob man das im Stück hochlädt Und dabei nicht jemand Das Abo Box zumüllt Oder ob man das denn Äh Gar nicht Das ist halt auch doof Aber Ich möchte halt Wenn ich denn YouTube mache Wirklich mehr Content machen Wo Bisschen mehr Sinn haben Oder halt Wo nicht jemand Das Abo Box zumüllen Und ich denn für jedes Für jedes Video Neue Thumbnails suchen muss Etc Ich habe letztes Jahr Ähm Versucht noch LPs quasi so zu machen Halt nur etwas Qualitativer Mit ähm Ja mit Resident Evil 5 Ne mit Resident Evil 6 7 7 Mit Resident Evil 7 Wenn er halt eine LP sucht Die war von Abo Box Äh Was für Abo Box zumüllen Habe mir in jeder Folge Einige Projekte gefreut Ja Ja also Ne ich meine das jetzt auch nicht So meine ich das jetzt auch gar nicht Aber Ähm Zum Beispiel Ich könnte jetzt diesen Stream nehmen Und äh Full Full Müdigkeit gehen Und sagen Nobody Lade das hoch Als Episoden Aber ähm Und da kommt nämlich der Knackpunkt Wenn ich das episodenweise hochlade Würde ich höchstwahrscheinlich Einfach ähm Den Streamboard nehmen Also halt die Die Streamaufnahme hier von Twitch Und wird das Ganze zu ähm Zu Dings konvertieren Also halt einfach Einfach übertragen Von Twitch auf YouTube Weil da habe ich dann die Option Schneid das direkt in 15 Minuten Parts Da muss ich nur noch so ein generelles Thumbnail einmal machen Da ändere ich dann immer nur die Nummer für jeden Part Und das war's dann So einfach könnte ich mir das an sich machen Aber ich möchte es halt nicht Ich möchte mir mittlerweile wirklich Für ein Video Zeit nehmen Ich möchte dass das halt ein bisschen mehr ist als das Deswegen ist aktuell YouTube Content auch äh Ein bisschen weniger bei mir Aber das ist halt auch Zum Teil auch weil mich YouTube einfach nervt Hier auf Twitch ist es im Grunde Das äh Die Form vom LP Genau wie damals Nur halt Im Stück Ne Und live Ergo du kannst mit mir reden Alles klar Tschernobyl bis denn hin Und das ist halt auch so der Punkt Das ist halt auch so ein Punkt wo ich angesprochen hatte In dem Video was ich meinte Äh Die Interaktion auf YouTube Untereinander Ist fucking scheiße Das wird noch schlimmer in zwei Jahren Oh ja leider Ja das befürchte ich leider auch Deswegen Let's enjoy it While we can Möchte mir jetzt aber nicht die Laune von verderben lassen Ähm Allein Also wie gesagt Die Bindung zu den Zuschauern Auf YouTube Du lädst das Video hoch Was Wenn's hochkommt Ein paar Tage alt ist Ich hab damals immer aufgenommen Äh So ne Woche im Voraus Oder mehr sogar Je nachdem wie ich Zeit hatte Hab ich immer so viel aufgenommen Wie ich konnte By the way Günther incoming Watch this Günther Günther Ähm Ja und dann sind die Videos halt über ne Woche alt sag ich mal Du hast selber schon gar keine Ahnung mehr was darin vorkam Also so war das bei mir Und wenn ich dann immer Dann war es immer traurig Ich hab dann Kommentare gelesen Und ich wusste selber nicht mehr Was die Leute meinen Weil ich wusste einfach nicht mehr Was das für ne Stelle gewesen sein soll Einfach weil die Aufnahme schon so weit zurück lag Ähm Bist seit so langer Zeit dabei Und hast auf YouTube kaum Zuwachs bekommen Das stört mich eigentlich am meisten Vor allem hast du beim alten Kanal Auch in meinen neuen einigen Videos echt viele Views Ja Aber Das ist Ich schieb's jetzt einfach mal ganz brüßend Also auf den YouTube Algorithmus Der ganz Oh Der böse YouTube Algorithmus Äh Äh Sag ich jetzt einfach mal ganz böse Es stört mich an sich auch nicht Also ich mach halt Ähm Die Entscheidung dass ich jetzt halt Mehr Content mache wo Gezielter ist Hängt auch halt damit zusammen Dass ähm Ich nicht mehr wahllos einfach jeden Blödsinn hochlade Dass ich ein bisschen überlege was den Leuten gefällt Klar äh Das geht denn wieder Hand in Hand mit dem was du gesagt hast Wegen Zuwachs Aber ich hab sowieso immer das Gefühl Sobald ich was hochlade Deabonnieren mich Leute Und wenn ich eine Zeit lang nichts hochlade Abonnieren mich Leute Also denke ich mir immer so What the fuck am I even doing here Ich behalte ja Also ich behalte ein Auge eigentlich Auf meine Analytics Das ist ja das Witzige an der Sache Ich behalte ein Auge Auf meine Analytics Aber Dann sehe ich immer sowas und nehme mir so Why Warum deabonniert ihr wenn ich was hochlade Aber abonnieren mich alle wenn ich nichts hochlade I don't get this Gerade gefrühstückt Digga es ist 20 nach 4 What the fuck Nach mehr DAPs Wie in deinen Alten Habe ich meine Kindheit verwacht Das war schon eine schöne Zeit Deswegen behalte ich die Sachen ja auch Wirklich Ich hatte etliche Male Die Das Bedürfnis Videos von meinem alten Kanal zu löschen Aber Ich weiß halt dass es Leute gibt Die Diese Videos noch mögen By the way Gott tötet diese Texturen Also ja Es gibt ja immer noch Leute Die denn diese alten Videos mögen Und es gibt Leute die Die neuen Videos mögen Und das ist Alles fine Deswegen lasse ich diese Videos auch da Ich bin wieder da Future no moin moin Willkommen back Warte mal Ne warte war das Wall Jump Was das Ding konnte Wie oft Sonic Wilders Heroes Adventure 2 Geschaut habe Hatte das Ding nicht irgendwie Ah genau so war das Ja Wall Jumps waren merkwürdig Genau Stimmt Das war nicht das Timing Du musst noch in die Entgegengesetzte Richtung lenken Immer quasi Sonst machst du das nicht Ich erinnere mich aber gerade Ehr an ein Spiel wo man Äh Wo war das nochmal Wo man höher springt Wenn man beim Landen drückt Was erinnere ich mich da gerade Weswegen So sehr Äh So sehr ich ja meine alten Videos auch cringe finde Und Äh Ich am liebsten die einfach löschen würde Mach ich nicht I will not Solange ich YouTube das nicht macht Werd ich das auf jeden Fall nicht machen Doppelsprung Mario Ne 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 Ich erinnere mich noch an so ein anderes Spiel Wo er auch so ähnliche Mechanics hatte Könnte Krok gewesen sein Ne nicht Krok Ich kann mich da gerade echt nicht dran erinnern Das fucks mir ab Geht mal her Benjo Ne Benjo auch nicht Also Alter Regen ist Äh Tot für die Für die Dings Für die Frames Ja aber Mensch Wenn man das Spiel rusht Ist man echt schnell durch Eigenehm Weil wir sind jetzt schon in der vorletzten Welt Gut Wenn man jetzt Äh Wenn man Wenn wir jetzt ganz pengelig sind Dann Äh Sind wir hier in der Vorvorletzten Welt Weil Das Finale hat quasi nochmal seine eigene Welt Also das ist halt das True Finale Also ja ich glaube wir können heute tatsächlich noch ein bisschen Hiro Warriors nachher spielen Eisbomben Machen trotzdem Bumm Die machen ein ganz großes Boom Nächste Mal Cayenne Pfeffer Die Dinger können natürlich Laser schießen Sehen ja auch danach aus Du Sackiger Hast du gerade Winnie aus Atlantis zitiert Yes Endlich mal einer der das merkt Yes Oh Mann Ich finde den Typen so cool aus dem Film Aus dem Film selber Ewigkeiten nicht geguckt Das macht ganz schönes Boom Das war aber aus dem ähm Aus dem zweiten Film Wo hier Mehr so eine Sammlung von Mini-Stories war War das nicht eher eine Pa- Warte mal Äh Titanic 2 war doch eher eine ähm Hier Pilot für die Serie Ne Und natürlich Regen Von nix Bombe ohne Oregano Oh ja der Typ ist cool Atlantis war nicht schlecht Was sagst du dazu Dass man keine Roms mehr downloaden kann Well macht mein PC wohl nur um einiges wertvoller Ich meine ich hab mich vorhin äh Ihr habt das Thema die vorhin schon diskutiert By the way hey Alex I see you Bin am Stream by the way Just saying Das gott nur leise Das gott nur leise So Ah doch Ich stell dich selber nochmal ein bisschen lauter Warte Ja so ist okay Geil Uff schick mal ein paar lieber Brauche Gamecube Spiele Ja ne Gamecube hab ich selber nicht so viele Die hab ich noch legal bei mir liegen Aber ja das Thema hatte ich vorhin schon äh Von wegen dass man kaum noch Roms downloaden kann Aber wie gesagt es ist an sich nur verständlich Viel schlimmer finde ich es halt Dass du halt keine Alternative wirklich hast Das finde ich halt viel schlimmer an der Sache Dass du Nintendo sagst so von wegen Ja wir möchten nicht dass ihr Roms downloadet Dann sagen die alle Dann sagen wir alle im Chor Ja aber Wir würden ja Geld dafür bezahlen Kriegen wir Können wir das denn irgendwo kaufen Nein Wir möchten nicht dass ihr unser altes Zeug spielt Gebt lieber Vollpreis für Mario Kart 8 aus Was 5 Jahre alt ist Das ist der Weg des Nintendo Miyamoto möchte das so Was bin ich froh dass ich einen ROM Ordner hab Was denn komplett weg sind die glaube ich Fuck Sind die glaube ich nicht Das kriegt man immer noch aber Ne Ja die kriegt man immer noch Aber es ist halt mittlerweile echt schwerer als vorher Das merke ich selber Ja dealt ihr mal mit ROMs Ich unterstütze das Ja Piracy Piracy Gets the blood flowing Har 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 Schau mal ab Ihr scheiß Yeti Ficker Dealen Haha Bei 64 Klassikern aber nein Ja man Na Nintendo Wirklich Ihr sitzt auf Geld Let me give you money Let me give you money for classic gamers Plays We are okay Wir finden das cool dann We would suck this cock clean Gott was geb ich jetzt für guten cock What Ich mein du redest jetzt Du hast nen Schwul in deiner Kopf Also ich bitte dich Ja but still No I don't I do not Könnt grad jede Art von Entertainment sowieso gebrauchen Oh je Und dann hast du dich für mich entschieden I am sorry Ich wählte ebenso das Beste aus Oh Warte dir nochmal Bäh Was ist das denn schon da für ein Double-Tripper Wo ich drin bin Ist der Tag der keine Texte Als Tänzer hat Und ein Tänzer Der Den Drakonen Also mich Nicht als Tanzpartner auswählt Als Tanzpartner Ja Tänzer können wortwörtlich jemanden dauerhaft Als Tanzpartner auswählen Das heißt Beide bekommen Damage-Pop Das ist cool Du musst nicht mal in der Nähe sein Das reicht einfach Das ist so quasi Eine Stand zwischen dir und dem Tänzer Die bleibt an Solange wie er das möchte Cool Boah Alter Ich bin grad zu dumm für alles Alter die Hitbox ne Was spielst du denn da? Bomberman Hero Ach du Scheiße Das mit diesen komischen Transformer Bombermans Ja doch Ah ok dann erinnere ich mich dran War das mit diesen ganzen Inseln? Äh Inseln? Ne mit den Planeten Ok Ich meine das hast du mal Let's Play jetzt Yes 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 Na warte Ich will mich noch Ich will die ganzen Schrauben wegballern Also wie gesagt Ich hab ja kein Problem damit Nintendo Geld zu geben Aber ich will auch was dafür Ist ja klar Mach nix Ich hab mir bis jetzt nur die Roams runtergeladen Die ich auch physisch hier habe Deine Kirby Meine Kirby Videos Wollen wir auch das sonst war Achso Oh Gott Ja Die Madness Days Ich hab mit keinem Ich hab Hast du Kirby gemacht? Kirby Air Ride Kirby Air Ride Ich hab mehr als nur einen Kirby gespielt Ich hab Kirby Nightmare in Dreamland Hab ich gespeedrunnt Nö Ich bin sogar ziemlich weit weg gewesen Das war halt in der Zeit Wo ich halt Gern gespeedrunnt hab Und einfach mal gucken wollte Wie schnell ich so Ein paar von meinen Lieblingsgames durchkriege Kein Kontakt mehr Ich hab mit fast niemanden von damals mehr Kontakt Und beziehungsweise Ich glaub würde mich einer von denen von damals heute nochmal anschreiben Würde ich sagen Sie sollen sich ins Knie fricken Und mich nie wieder anschreiben So einer bin ich So einer bin ich geworden Weil ich möchte einfach nichts mehr mit dem zu tun haben Was damals alles passiert ist I just don't Nix als ob das ist so Ich will mit niemandem von damals mehr irgendwelchen Kontakt Äh das war mit Andy Den hab ich jetzt auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr geschnackt Hier ist noch eine Macht nächster Beschreibter mich ständig Hm? Andy? Oder wen meinst du? Ah den gewissen Spasser der immer da ist Hä? Andy 153758 Ach das ist nochmal ein anderer Wie viele Andys Andys hatten wir? Ich kenn so ein paar ja Ja sorry Ich dachte grad wieder da bist du Nein Nein Gottes Willen Nein Ah Sorry Ich rede von Sif Andy Ich kann doch noch was das ist Der ist mit mir damals auf eine Schule gegangen War eine Parallelklasse Das war die Klasse Das war die Klasse Die äh ja Einen Toaster aus dem Fenster geschmissen haben Und äh Ja Na Das ist noch was Tobi mal gemacht hat War ein kleiner War an der Schule Na Hat sich eine Gruppe von anderen Schulkollegen geholt Da war ein bisschen Oder sowas Und hat seine Scout Schulreinzen Die Treppe runterpurzeln lassen Und guck mir jetzt erst da unten an Mein Das sieht dadurch komplett im Arsch gegönst Und das ist eine andere Geschichte Ich mein meine äh Meine Parallelklasse hat damals auch Unsere Direktorin Quasi eine Falle gestellt Dass sie die Treppe runterfällt What the fuck? Ja Keiner mochte die alte Ja Aber das macht man einfach nicht Nein Natürlich macht man das nicht Aber es war trotzdem eine alte Schlampe Die hat keiner gemocht So yeah Das Problem ist Die Frau war eh unzerstörbar Also Sie ist hier die ganze Zeit Mit dem fucking Äh Hier Ne nicht verbannt Wie heißt das? Gips Gips? Gips rumgerannt Die Frau war unzerstörbar Die Lehrerin Die auch bei uns ermordet wurde nicht Die war nicht unzerstörbar What the fuck? Ja bei uns an der Schule gab's mal einen Mord Und dann am nächsten Tag war Highlife in der Schule Was glaub ich dir? Ja du Bei uns in der Schule Hat sich damals Äh Ein zweifjähriger Selbst erhang Im Sportunterricht Das ist auch heftig Bei uns gab's auch in meiner Schulzeit Gab's zwei Bombendrohungen Ist eine davon jeweils hochgegangen? Nein Schade Aber wir hatten dann immer früher Feierabend Das war nice Das war nice Lass mir dir eine Geschichte erzählen von äh Meinen ehemaligen Mitschildern Die sich so krassen Highfive gegeben haben Dass sie den Feueralarm ausgelöst haben Die hat sich so krass Und er hat so krass Highfive gegeben hat er abgeruscht und direkt in den Feueralarm hat er das Glas zerbrochen durch die hat den knopf gedrückt ich weiß nicht wie er das gemacht hat er hat es gemacht ich stand daneben ich habe das gesehen weil herr du kannst immer noch nicht so richtig verarbeitet das war lustig ja ja das war der an die genau das war man korrekter dude eigentlich seinem bruder waren ziemlicher spiel mit denen hatte ich hier berufsschule damals warum hattet ihr einen toaster in der schule wir hatten keinen habt ihr mal mitgenommen ja wir hatten damals krasse schule by the way this is rainbow road this is the place where you go when you die also von daher ist meine schulzeit big of ein lehrer hat auch mal einen anderen schüler angeschrien von wegen ich lass dich abschieben das witzige ist ich wusste damals noch nicht was abschieben ist ergo ich habe immer nur gedacht so ok bis ich dann irgendwann gelernt habe was das bedeutet und ich so oh oh that's no good wir waren halt so eine richtige ghettoschule wir waren halt so eine richtige ghettoschule komm ich habe auch immer das gefühl gehabt die schule hat mich generell immer gehasst so bescheuert das jetzt auch klingt aber irgendwie keine sorge keine sorge ich habe dafür die schule gehasst aber irgendwie war es immer so wenn andere gemobbt wurden dann ist das absolut nicht ok aber wenn ich gemobbt wurde dann ist das vollkommen ok dann soll ich mir nicht so anstellen und soll mehr soll mich nicht so anstellen aber wenn andere gemobbt wurden hahaha das geht aber gar nicht junger bob und einmal so are you fucking serious hab ich die welt schon kurze welt was meint ihr warum ich irgendwann so diesen snap hatte dass ich mir nicht mehr alles gefallen lasse von meinen vor meinen ach mobbern sagt man das so ach ich habe mich die ganze zeit äh rumhänseln lassen ich nicht ich habe bei mir jetzt irgendwann halt bis zum ende bei mir jetzt bis ich an die hochschule kam da brauchten mich plötzlich alle wirklich jeder bei mir hat es halt irgendwann einfach klick gemacht und dann habe ich tatsächlich mich so gesnappt dass ich jemandem mit einem fucking besenstiel die hände fast gebrochen hätte ich hätte so die schnauze voll dann und selbst die lehrer haben dann gesagt so ja das äh das ist so long time coming dass das noch nicht früher passiert ist ist eigentlich ein wunder ich hatte nicht mal konsequenzen wo ich mir nur gedacht habe so well this is karma also jetzt nur mal so gesagt ne leute ne ich muss jetzt mal kurz moral apostel sein löst niemals was mit gewalt bei mir war einfach irgendwann das maß war voll dann hat es klick gemacht und dann hat es bumm gemacht und mit bumm gemacht meine ich denn der besenstiel auf seinen knöcheln soll ich dir mal was erzählen ich habe mich in meinem ganzen Leben nur einmal gewehrt wir haben mir ein paar mal mehr nach mehr gewehrt das war in der achten klasse und da hat mir jemand ein paar Monate davor den Arm gebrochen ja gut das ist schon ich kam wieder und er wollte mir schon wieder den Arm brechen also hab ich ihn geschlagen weil ich das nicht wollte ja richtig ich hab so auf ihn eingetauschen dass er keine Luft mehr gekriegt hat weil er am Boden lag während er gar gekriegt ich weil selbst der Direktor Angst vor dem hatte by the way das heißt ich hab ne Woche Schulverweis bekommen ja sick ne richtig äh richtiger Bullshit by the way wir hatten das auch bei uns so ich weiß nicht durftet ihr bei euch in der Schule äh Yu-Gi-Oh Karten und sowas haben boah das hat keinen interessiert ne bei uns nämlich auch nicht aber bei uns hieß es dann immer ihr dürft ihr hier nicht haben ne 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 und äh das witzige war ja mir hat man dann mal irgendwann alle geklaut gehabt die ich gehabt hatte also wirklich äh mit Gewalt geklaut ich bin zum Lehrer und was krieg ich zu hören ja du sollst sie hier auch nicht mitnehmen und ich sitz ich saß da die Woche und ich saß so ihr unterstützt grad Diebstahl what the fuck was hättest du eigentlich anzeigen können hättest du mal neu ja das ist mir leider ja erst ein paar Jahre später denn eingefallen so auf dem Motto das ist fucking Diebstahl ihr unterstützt Diebstahl ihr seid in der Schule ihr sollt sowas beibringen na ich hab die als Schutzgeld bezahlt mit Yu-Gi-Oh Karten ja wow so hart war das bei uns damals in Bayern alter je besser und seltener die Karte war umso länger haben sie mich ruhigelassen das war mir so egal weil mich Yu-Gi-Oh Karten einfach nie interessiert haben und ein Kuppel so hey willst du all meine Yu-Gi-Oh Karten ich so mein Hintergedanken hey gratis Schutzgeld gratis Schutzgeld ach ja bei einem bei den Mobbern weiß ich ähm dass der heute im Knast sitzt sehr schön und der andere das hat mich sehr überrascht der andere ist äh Seelenberater geworden der hat eine komplette 180 Drehung gemacht wow er ist erstmal beim Chef anzeigen ne der hat erst nen Doktor gemacht und dann ist er jetzt bei der Psychologie gelandet macht dort weiter ich hab den sogar angeschrieben und der hat mir auch gesagt es tut mir echt leid du hast damals echt Beschissenen von mir kennengelernt ich hätt geantwortet du dreckiger Hurensohn er hat nur gemeint wenn es irgendwas gibt wo ich dir helfen kann dann soll ich mich jederzeit melden ich hab gesagt weißt du war Schnee von gestern kann das gut sein weißt du erstmal das gesamte Erpressungsgeld erstmal zurück verlangen das war nicht mal einer von denen das war aber das war direkt ganz am Anfang das war auch ein Arschloch da wird nicht das das war ah wer hat er Leute könnt ihr mir mal erzählt ihr mal wer von euch geht noch zur Schule und wer von euch kann so ähnliche Geschichten erzählen sind Schulen heutzutage immer noch so schlimm oder wenn ja schlimmer weil ich ähm meine Schulzeit liegt jetzt halt ein paar Jährchen zurück oh Gott meine Schulzeit endete 2012 ich zähle jetzt mal nicht Berufsschule ne warte warte hört das hier auf 2009 2010 den Schnitt ungefähr das war meine Schulzeit ich zähle jetzt nicht Berufsschule dazu nicht Berufsschule also nicht hier Ausbildung bei Berufsschule wieder raubt da fangen die meistens schon an oh ich sollte vielleicht wirklich mich hinsetzen und lernen und da hab ich wenn ich lerne hab ich keine Zeit Leute zu machen natürlich gab es immer die Special Snowflakes so äh ich bin der Beste schmeiß mit Bierflaschen durch die Gegend ja mensch war ich noch hat mach ich auch wenn mal jemand da kann völlig bekippt in die Klasse rein und dein Lehrer nur so weißt du was und dann nur keinen ärgerst und dann irgendwie auf den Sack gehst der war immer stoned holy shit Bombenanschläge während des Unterrichts muss er einfach in der Schule bleiben wow haben sie ne Pinnwand als Dartscheibe für Scherenmissbom- wow what the fuck das ist irgendwo kreativ aber irgendwo fucked up beyond belief stell dir mal vor du machst genau in dem Moment die Tür auf alter holst du richtig schön aus das Ding zu treffen und dir kommt ein Lehrer rein oder irgendwer anders ich mein bei uns war halt auch mal so zwei haben sich gerangelt diese Story hab ich schon zehntausendmal erzählt aber ähm zwei haben sich gerangelt und wir hatten damals noch so diese ja original Kreidetafeln you know also halt mit diese richtigen Kreidewände und die haben sich so gerangelt dass einer mit seinem Kopf dagegen geknallt ist und die einen Riss bekommen hat und die Dinger sind eigentlich ziemlich hart also aber aber er ist danach wieder aufgestanden und haben weiter gerangelt und ich so geil ich bin doch nicht tot geil können wir weitermachen was und noch ne Geschichte die hab ich schon auch zehntausendmal erzählt gefühlt einer hat es für nötig gehalten während so ner Zwischenpause also als Zwischener Unterricht wir haben dann also nur gewartet dass der Lehrer ankommt ähm saß ich einfach nur da und ein anderer Mitschüler hat es für nötig gehalten, meinen Tisch zu Chokeslam oder beziehungsweise sich selber auf meinen Tisch zu Bodyslam und der Tisch ist in der Mitte durchgebrochen. Dreimal dürft ihr raten, wer Ärger dafür bekommen hat. Der Lehrer. Ich. Habe ich auch nur gesagt so, was ist los mit dir? Warum sollte ich meinen eigenen Tisch zerbrechen? Also dass ich in dieser Schule niemanden umgebracht habe, ist eigentlich ein Wunder. Außerhalb starker Versuch zu drohen mit dem Satz Ich stech dich ab. Och ne, wie süß. Das habe ich auch andauernd gehört. Komischerweise, nachdem ich dem einen fast die Hand gebrochen habe, habe ich nichts mehr so davon gehört. That was fun. Und deswegen halte ich mich selber für mental nicht so wirklich cool. Weil für mich war das so ein Moment, wo ich mir gesagt habe so, ja, du hast dich gewehrt. Es war aber auch allerhöchste Zeit, dass du dich mal gewehrt hast. Dass du nicht alles mit dir machen lässt. Weil es ist so, man sollte nicht immer alles mit sich machen lassen. Das ist, ne, Bullshit. Und als ich dann bei einer Ausbildung war, wurde das eigentlich nur noch schlimmer. Da habe ich dann immer mehr so diesen, diesen Sinn entwickelt. So aus dem Motto, warum lässt du das ein mit dir machen? Du bist 186 und ein ziemlicher Beeflord. Warum lässt du das mit dir machen? Warum tust du dir das an? Kann ich gut was erzählen. Der Schüler wurde von zwei anderen Schülern sexuell belästigt. Das ist schon mal... Mit einem Pömpel und einer anderen kam zur Strafe davon. Der Schüler war dann komplett am Boden und er wechselte die Schule. Wow. Moment, also... Der Belästiger hat die Schule gewechselt? Ich glaube, die andere. Also die, die das erdulden musste. Wenn das der Fall ist, this makes me fucking sick. This makes me fucking sick to the core. Kennst du Glover64? Yes. Das Spiel ist terrible. Oh mein Gott, ich liebe Glover. Das habe ich so gerne gespielt. This game is fucking terrible. Es ist absolut terrible, aber ich habe es gelebt. Ich bin damit auch gewachsen. Du, ich auch. Ich habe es als Kind auch gemocht. Ich habe es nie durchgeschafft. Ich habe es auch nie durchgeschafft. Kein einziges Mal. Ich kam nie über das zweite Level hinaus. Ja doch, das zweite Level schon. Ich habe es bis zu diesem Jura-Level geschafft. Dumme Arschlöcher hatten wir alle in der Klasse, glaube ich. Bei mir waren es irgendwie 90% der Klassen, äh, der Schüler. Wo man sich immer gedacht hat, so, alter, das muss man als Lehrer eigentlich unterbinden. Weißt du, was eigentlich das Beste war von der Klasse 6 bis 7? Na. Dort waren nicht die Jungs das Problem, sondern die ganzen pubertierenden Mädchen. Oh Gott. Die sich alle wegen ihren Modemarken angekloppt haben und sich gegenseitig wortmöglich die Kleider von Leib gerissen haben. Aber nein, das trage ich bereits schon. Das kannst du nicht tragen. Du siehst richtig scheiß drin. Außen, die haben sich richtig bekloppt. Die haben sich gekratzt mit ihren scheiß langen Legeln. Also Bullshit. Das ist so wild. Die Lehrer standen auch nur da, what the fuck? What the fuck's wrong with you people? Weißt du, in dem Moment, komischerweise, von 6 bis 7 waren die Jungs alle völlig in Ordnung. Aber die Mädchen haben sich einfach komplett den Verstand verloren. Wirklich, like, Mädchen. Komplett wahnsinnig geworden. Sie sind wirklich komplett wahnsinnig geworden. Das ist ab dem Zellner durch Mixer, so waren die drauf. Alter. Oh, an dem Boss saß ich als Kind auch ewig hier. Ich meine wegen den Raketen hier. Das solche habe ich ehrlich gesagt niemals über dem Wassertempel in der Lockheed-Loft-Tile wieder ausgeschafft, wo ich höher war. Das haben viele nicht. Aber nicht, weil der Tempel für mich zu schwer war. Nein, weil ich den gruselig fand. Fandst du den Wassertempel gruselig? Ja, weil ich Unterwasserwelt nicht mag. Ja gut, die Furchtung unter Wasser. Ich mochte immer dieses, ich mochte dieses Stille nie. Oh ja, doch. Dass du nicht unter Wasser so gut wie gar nicht wehren konntest. Das fand ich immer sehr, sehr, sehr unberuhigt. Deswegen habe ich lange gebraucht, dass ich den Wassertempel durch hatte. Ja. Da darf ich nicht alles super. Ach so, danach so der richtige Horrortempel. Also hier der Schattentempel und Geistertempel. Die hatten mir überhaupt nichts gemacht, weil ich da Möglichkeiten hatte, mich gut zu wehren. Mein Rhythmus, so wie ich das kenne. Wasser-Tempel ist ja alles so slow-mo. Da kommt zu, kommt zu der Scheiß-Schnack-Busch noch nicht so, so. Weißt du, ich dachte, du kommst mir jetzt legit mit, vor wegen hier Angst vor Drowning und so. Du, sonst hattest ja diesen scheiß blauen Anzug von da. Da hatte ich kein Problem mit. Oh fuck. Okay, also den Schattentempel, den fand ich eigentlich richtig gut. Weißt du, da kommt so brennte Skelette auf dich, so Gelotin und Bullshit. Ich denke mal, Hallerino, was geht ab, mein Schatz? Hier wohne ich jetzt. Oh boy. Ich glaube, das erste Mal, wo ich Arcade auf Time wirklich durchgespielt habe, auf meiner L64, da war ich 15. Oh. Cat is dead. By the way, damit ihr mal wisst, was für Lappen auch in der Schule gegangen sind. Einen großen... Ähm, wir hatten einen Ikea-Schrank mit vier Fächern. Wollte angehen mit einem Schlagring auf diesen Schrank einschlagen, mehrfach. Habe ich in komplett Ehre genommen und was? Mit einem Schlag ohne Hilfe ein Loch. Ja. Richtig weggenattet. Sozialpädagogin, muss dazu sagen, dass sie, äh, Integrationsschule war. Und es gab ein schöneres Projekt, dass sie Anne Frank und so... Ja, das... Aber wer durfte es trotzdem machen? Drei Schüler mit Behinderung. War einer davon. Geil. What? What? Ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als als Projekt Anne Frank zu machen. Weil meine Klasse wollte auch immer unbedingt... Können wir Zweiter Weltkrieg machen? Können wir endlich Zweiter Weltkrieg machen? Und ich saß da und dachte mir so, Alter, warum wollt ihr das? The fuck is wrong with you? Wir haben nichts anderes gemacht, außer dem Berliner Mauerfall und Zweiter Weltkrieg. Ich hab mir davon nichts gemerkt, weil es mich einfach einen Scheiß interessiert hat. Hätte ich auch nicht. Wenn du mich heute fragen würdest, wann ist die Mauer gefallen, wann ist Hitler krepiert, würde ich sagen, was weiß ich denn. Ist mir nur scheißegal. Und das Einzige, warum ich weiß, wann die Mauer gefallen ist in dem Jahr, das Datum kann ich jetzt nicht genau aussagen. Wissen wir mal, weil mein Bruder in den Zeitraum geboren wurde, also von da... Und soll mal ganz ehrlich sein, who fucking cares? Es ist passiert, es bleibt in Erinnerung, soweit ist gut. Warum muss ich wissen, wann das passiert ist? Ja, vor allem das genaue Datum, mit welchem Politiker sich weder der Kloppe hatte. Und ich denk mir, war... Der Typ ist tot, die Mauer ist weg. Ende der Story. By the way, here comes Günther. 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 Deswegen, das hab ich nie verstanden. Weißt du, ich weiß überhaupt nichts über den amerikanischen Bürgerkrieg. Ich weiß überhaupt nichts, was in Schweden abgeht. Aber hauptsache, ich weiß, an dem Tag haben die Toilette so hart gepieft, dass sich Mauer gesagt hat, weißt du was, ich wurde in der Mauer-Schule nicht angenommen. Ich zettel jetzt erst mal Krieg an der Politik. Das ist genau wie mit Martin Luther, wo sie einfach gesagt hat so, das ist alles Betrug, das ist alles scheiße, hier sind ein paar Gründe, warum. Ganz ehrlich, wenn ich sowas wissen will, gucke ich History of the entire world, I guess. Weil das Video... Ich hätte auch so gern mehr über Japan gewusst haben, was die Zeit rum. Hm. Heute ist das Internet nicht nur informativ, was dann auch spannender ist, als der Stoffunterricht. Ja, natürlich. Das hat mich immer aufgeregt, dass man nur die deutsche Geschichte beinhaltet, aber wohl andere in interessanten Sachen waren. Ja, ist auch so ein Punkt. Weißt du was mal, das muss ich dir erzählen. Ich habe immer gerne meine kleine Nachbarin zur Schule gebracht. Mhm. Weil die Mutter die Zeit hatte. Da hat sie mich auf dem Weg immer 10.000 Fragen gestellt. Warum ist der Himmel blau und alles und etc. etc. Du weißt schon, Kinder... Weil wir nicht auf Namek sind, deswegen. Und ich weiß noch, an dem einen Tag habe ich sie zur Schule gebracht. Sie hat mir 1000 Fragen gestellt und hat gesagt, okay, das ist die Schule. Dann viel Spaß. Und sie hat nur zu mir gesagt, ich pose sie, aber ich möchte gern weiter lernen. Nö. Das hat mir so ein bisschen das Herz zerbrochen. By the way, das Spiel hat fast eine durchlaufende Story. Aber ich mag es, wie sein Model hier gerade durch die Gegend spinnt. Von Evil Santa Claus. Das ist ja so gut. Animation ist ja so gut. Mhm. Ach, wie eine langsame Kuppe. Scandalbart. Santa-Schredder. Hast du ja diese Lache, ne? Astonian. 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 Hä? Oh, ich glaube, Astonian hast du noch gar nicht. Warte mal, wen hast du zu uns geklappt? Astonian habe ich schon mal gesehen. Der Typ ist mir mal entgegengekommen. Hast du dich schon kennengelernt? Ja, ich habe ja meinen Dragoon. Stimmt. Da lässt du ja Astonian kennen. Ich bin ja Dragoon geworden. Das ist sowieso lustig. Wenn du die, ähm, Dragoon-Story ab 50 zu Ende abschließt und A Real Reborn-Story weiter machst, da gibt es eine Stelle, da taucht Astonian tatsächlich plotmäßig auf und er sagt dann und so, hey, dich kenne ich doch. Und das ist so bescheuert. Und ich sage so, ah, du bist doch dieser Emo von letztens. Er ist tatsächlich nicht mein Emo, er ist nur ein bisschen entschleunig und sehr kumpig. Aber er ist kein Shadow the Hedgehog mit mir verkannt. Also was Tobi und ich habe heute nachgedacht über den Sonic-Film. Da ist uns eine Sache eingefallen. Okay. Wir haben uns ja alle über den Sonic-Geschwimmen, ne? Ja. Wenn es so lustig steht. Was aber, wenn sie ein, was aber, wenn sie auch ein Tails gemacht haben, wenn sie nur durch den Trailer gezeigt haben und sich dann gedacht haben, hey, sie hat sich nur über Sonic beschwert, nicht über Tails. Das heißt, sie haben ein Eindigermaßen und geht Sonic und da kommt so ein Missgeburt von Tails rein. So ein Missgeburt von Tails. Was mir passiert ist, das war ein Problem, dass er nichts recht machen konnte. Ja, Lehrern, die du nichts recht machen kannst, das ist generell schlimm. Shadow, ich frage dich was. Du hast garantiert auch so einen Lehrer gehabt. So einen Lehrer. Wo du fragst, hat der wirklich so einen an der Klatsche? Also wirklich an der Klatsche. Absolut, 100%. Wie ist dieser Mensch in diese Position geraten? Ja, das war mein Klassenlehrer in der Hauptschule. Bei mir war das meine Religionslehrerin in der dritten Klasse. Sie hieß Frau Froschel. Ja, Mensch. Bei ihr habe ich das Gefühl gehabt, wie die Events hat bereits auf Level 20 zugeschlagen. Level 20? Nice. Uganda Knuckles im Sonic Film. Oh, I love to. Das wär's doch. Nee, das war damals mein Klassenlehrer. Der war... Oh boy. Manfred. Hä? Manfred? Ah nee, das war der Mathelehrer. Nee. Horst. Ach, Horst. Er ist auch passt. Das ist alles altdeutsch. Sein Name war Horst. Wir hatten auch immer so das Gefühl, er war ein Nazi. Dafür habe ich meinen Opa. Oh, Mensch. Also nicht den Opa von meiner Schwingermutter, sondern den Opa von meinem Schwingervater. Sind wir nicht alle ein bisschen bluner? Du fuck. Du fuck, Bert. Alter. Alter. Oh, nein. Nicht Bert up. Oh, nein. Alles aber nicht Bert up. Ich glaube, jetzt meine Schutterschmerzen gehen langsam weg. Langsam. Das ist gut. Geil, da läuft ein Kind draußen, heulig durch die Gegend. Ich denke mir, yes. Hm. Hm. Das macht mich viel gut. Du denkst dir nur so, you can die. Hi. Wir hatten, by the way, auch in unserer Berufsschule, hatten wir in Informatik, da wurde uns das Zehn-Finger-Schreiben aufgezwungen. Naja, das kein Mensch benutzt. Wirklich niemand. Na doch, es gibt Leute, die damit wirklich schnell schreiben können. Gerade Leute, die damit in ihrem Beruf halt viel tippen müssen. Aber... Wieso, ich hab auch einen Zehntimmer. Ich kann auch mit Zehn-Finger tippen, aber auf meine Art und Weise... Ja, also ich... Ich bin auch wirklich alle Zehn-Finger. Nur nicht wirklich Finger auf ASDF und ja, kein LÖ. Ich halte die ganz anders. Ich benutze sechs Finger. Ja, sonst hab ich angefangen, mein Buch zu schreiben. Da bin ich wirklich komplett auf Zehn-Finger umgegangen. No, he dead. Oh, schade. I did it! By the way, der Boss ist sogar ziemlich RNG. Es kann sein, dass er irgendwann nur noch unter der Lava bleibt und nicht hochkommt. Ich komm auch nicht hoch, keine Sorge. Ja, das passiert mir auch ständig. Das passiert uns allen. Geil, der Zehnt verprügelt mich gerade. Wir hatten vorhin überlegt so... Ich hab ja meine... Wie ich meine ganzen Klassen bei Final Fantasy XIV genannt hab, ne? Ich hatte ja halt Kloppmann, ich hatte Pieckmann, ich hatte Fressmann. Na, dein Gombé. Ja, mein Gombé. Ähm, wie hab ich mein... mein Dings genannt? Ich hab doch hier auch einen Beschwörer gehabt, oder zumindest, äh, angefangen gehabt. Wie hab ich den genannt gehabt? Das kann ich dir jetzt überhaupt nicht sagen, du hast den genannt. Beschwörmann? Ne. Buchmann? Buchmann? Ne, Buchmann hab ich nicht. Ich hab mein... Mein Schwarzmagier hab ich Schwarzmann genannt, das weiß ich noch. Weil mein Dunkelritter sollte eines Tages Dunkelmann werden, aber so weit bin ich ja leider nie gekommen. Ich wollte eigentlich immer den Dunkelritter mal haben. Rufmann? Gut möglich. Trainermann? Ich mag den Soundtrack hier bei dem. Seine Boss-Fights sind manchmal echt scheiße, aber... Au! Ich wusste, by the way, auch nie, dass der Typ einen Shouyuken hat. Wo solltest du es nachschauen können? Momentan ist ja Free Playtime. Ja, ich müsste erst mal 10.000 Updates installieren. Warte, halt Shadowbringer seid auch draußen. Ja gut, das hab ich ja nicht. Also, hab ich ja noch nicht gekauft gehabt. Und to be honest, wär ja Blödsinn. Ich muss erst mal noch durch zwei andere Add-ons. Wobei, ich würd's mir ja holen, nur um den Knarrenmann machen zu können. Hä? Ja, Knarrenmann. Oder... Den Machinisten, oder wie? Ne, Pengmann. Gunblade-Typ. Pengmann. Ach so. Ja gut. Pengmann. Was dich irgendwie irritieren wird, der Gunblader ist extrem schnell für den Tank. Er ist aber ein bisschen squishy. Das wird mir, glaube ich, dann sogar fast gefallen. Ich mein, ich... Er ist... Er ist interessant zu spielen. Also, ich hab jetzt noch nicht so viel von ihm gespielt. Einfach, weil ich viel mehr anderes zu tun habe. Ich mein, du weißt ja, wie ich mal einen Tank gespielt hab. Ja. Doch, doch. Gangblade würde dir gefallen. Aber weißt du, was Interessante ist? Na? Du weißt, jeder Tank hat einen Schutzmechanismus. Ja, doch. Der einmal alles... Dass er einfach nicht sterben kann. Gut, so weit war ich jetzt nicht, aber, ja. Doch, mit 50 hast du Holmgang gehabt. Was habe ich? Das... Holmgang. Da hast du dich an den Gegner angekettet und du konntest niemals unter 1 tropfen. Ich war nie Level 50. Doch. Hallo, warst du? Ich war doch nicht Level 50. Doch. Schiwa hat mir doch gefällt. Ich war ja bei... Oder? 50? Doch, doch, doch. Mit deinem Krieger? Echt? Ja? War das 50? Ja. Du warst sogar 51, weil wir Schneekleiten alles gerannt sind. Ach ja, stimmt. Wir sind Garuda extrem, wir sind Leviathan gelaufen, das ist alles 50er-Zeug. Äh, jedenfalls, jeder einzelne Tank hat was Spezielles. Beim Krieger am 50 ist es Holmgang. Er wortwörtlich kettet sich an den Gegnern. Du kannst dich nicht bewegen, er kann sich nicht bewegen und egal, was dagegen dich einsetzt, du kannst niemals unter einem Lebenspunkt einsopfen. Hm. I can't remember that. Paladin ist einfach Unverwundbarkeit. Er kann weiterlaufen, wie er will. Es kann nichts passieren. Er stirbt nicht. Er hat nur diese ganz leichte Abweigung nicht sofort zu funktionieren. Ich hasse diesen Boss, ne? Beim Zuckleritter war es schon ein bisschen blöder. Zuckleritter setzt ähm lebender tot ein. lebender tot. Flammender tot! Quasi er hat eine Sanduhr. Sollte es passieren, dass du unter eins dropst, läuft deine Sanduhr ab. Das heißt, dein Heiler muss dich einfach ganz schnell auf 100 wieder zurückbringen, ansonsten stirbst du. Boah, Alter, ich hasse diesen Boss. Gunbreaker macht es ganz anders. Weißt du was? Super polite. Ich droppe einfach so aus dem Nichts auf Lebenspunkt eins. Dein Krieger war 52 und 51 mein Samurai. Stimmt, Samurai habe ich ganz vergessen. Das war Schwertmann. Schwertmann habe ich ganz vergessen. Schwertmann. Den Boss habe ich bei der Royals Kind auch gehasst. Verdammt. Hat er das neue Spiel fast alles gehasst? Ja, viele Bosse gegen Ende. Die Bosse waren echt scheiße damals. Als Kind saß ich da ewig dran. Warum das nervigste ist, ja, das Spiel, sofern du halt, ähm, jetzt, äh, wenn du halt aufhörst zu spielen und jetzt nicht halt Safe States benutzt, wie man, wie ich halt damals im LP gemacht habe, weil ich aufgehört habe zu zocken, dann, äh, nimmt es dir deine gesamten Health Upgrades weg. What the fuck? Ja. Und Health Upgrades dauern ewig, bis du sie wieder hast. Ja, das wollte ich mal sagen, da war doch was. Ja, du kriegst nur für alle 200, äh, Edelsteine, kriegst du einen Health Upgrade. Ergo, das dauert. Und, äh, ja, wenn du halt die Konsole, ja, geschlossen hast, sag ich mal, so, hier ausgemacht hast und dann wieder angemacht hast, hast du wieder vier Leben nur. Und kleinen Schoschmann hat ja nicht so die Zeit gehabt für große, für große Sessions. Ergo, waren denn solche Bosse, da wäre ich jetzt schon tot gewesen wieder. One is dead. Schaut nur noch vier Level. Und tust du sie so gut. Der Übel ist, als ich nach Hause gehe, weil ich war noch kurz bei meinen Eltern. Hm. Ich hab da was abgeliefert. Ich glaub, du kannst dir denken, was los ist. Hm, ja. Ich hab mir nur gedacht, ich hab seit gestern Nachmittag nichts mehr gegessen. Wirklich nichts. Tobi, wir gehen zum Dönermann. Also, wir gehen zum Dönermann. Ich hab mir einen Döner bestellt. Ich hab ihn komplett aufgegessen. Einen Zug, was ich selten mache. Normalerweise esse ich eventuell zur Hälfte. Meines Dings, schwupp, war weg. Ich stand da, wo ist mein Döner? Du hast mein letztes Essen gegessen, jetzt muss ich verhungern. By the way, der Boss hier mit nur vier, mit nur vier Leben ist echt ätzend. Das wird noch viel mehr. Ja, ich hab halt nur so meine Kindheitserinnerung und wenn man so die Kindheitserinnerung hat, dann denkt man sich so, boah, manche Sachen waren echt scheiße. Vor allem der Final Boss hier auf, äh, auf 100% machen ist auch nervig. Ich weiß, es ist gerade so, ne? Du musst dir halt vorstellen, es ist zeitbasiert und dann macht er so ne Scheiße. Scheiß RNG-Move. Fucking hell. Kennst du Blascorps? Hab ich mal, äh, versucht zu spielen tatsächlich gesehen. Aber wenn ich da ne Empfehlung machen darf, ne? Wenn du Blascorps gucken willst, guck dir Platinum Hunters von Matze und Rüdiger an. Das ist ein LP, was ich bis heute immer wieder gern gucke. Ich sag mal so, es ist einfach das Baggerlied. Es macht so gerne Quiek. Ne? Kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Wenn du Zeit hast, dann solltest du mal im Video gucken, was ich in den Discord geworfen habe. Okay. Oh, das ist so gut. Versuch mal, Bomberman World für PS1 zu zocken, dann reden wir weiter. Ist auch so schlimm? Ich meine, ich erinnere mich, glaube ich, an Bomberman World. Hey, Blascorps, hat doch Rüdiger mal gern gespielt. Hab ich doch gerade gesagt! Ich hab da nicht zugehört, ich hab ein Video geguckt. Das kenne ich, Leute hören mir nie zu. By the way, das hier ist auch so ein riesiger RNG-Spaß. Du musst im Grunde den richtigen treffen. Oha, Rolf. Mhm. Da hast du eigentlich jebals Quatschurals fast gespielt? Äh, ja. Das Thema hatten wir gestern, da warst du noch nicht im Stream bei. Äh, ich hab sauviele Legend of Zelda-Teile seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich auch nicht. Und Majora's Mask hab ich, äh, vor Jahren mal gespielt. Ich möchte es eigentlich mal irgendwann revisiten. Ich hab's ehrlich gesagt nie durchgespielt. Ne? Ich kam in die Kala-Tempel nicht mehr weiter. Oh ja, der ist auch kompliziert. Das war aber auch in der Zeit, da ging's mir nicht gut. Das heißt, ich hab in der gesamten Zeit, wo ich Majora's Mask gespielt habe, eigentlich keine gute Beziehung mit aufbauen können, aber finde ich im Nachhinein nicht fair. Weswegen ich das sehr gerne immer mal wieder komplett von vorne anfangen will. Und wenn wir gesagt bei die Kala-Tempel, ich kam nicht mal bis zum Zwischenboss, weil mich der ganze Tempel so abgefuckt hat. Ich hab halt hauptsächlich genau dann mit dem Spiel angefangen, wo meine erste Beziehung zu Ende ging. Da war es im Durchbruch. Also wirklich, da ging's mir schon scheiße, da war es zu Ende, da hab ich Majora's Mask gespielt. Das heißt, ich war immer traurig, wenn ich das Spiel gespielt habe. Das ist Majora's Mask, das Spiel macht einen generell traurig. Aber generell, Majora's Mask hat halt auch viele Punkte, wo, äh, nicht so witzig sind, sag ich mal. Ja, die Zeit zum Beispiel. Also, ich konnte mich damals überhaupt nicht damit anfreunden, dass ich diesen Zeitdruck habe und nicht in aller Ruhe den Tempel durchforsten kann, so wie ich das gewohnt bin. Ja, dieser permanente Zeitdruck ist auch so ein Punkt. Ich meine, es hat irgendwo seine Existenzberechtigung. Aber man muss der Typ dafür sein, finde ich persönlich. Ich finde, das ging eigentlich noch. Was ich halt viel schlimmer fand, leider, war, ähm, hier, der Wassertempel, den du da hattest, hier, Turtle Bay. Den fand ich wieder hoch richtig geil. Ich fand den richtig schlimm. Ich fand den absolut geil. Fuck! Ähm, das Ding ist, pass auf, tatsächlich ist dieser Wassertempel mein liebster Wassertempel geworden, weil in dem gleichen Moment meine Mutter um die Enke kam, hey, ich hab ne Band für dich gefunden, vielleicht gefällt es dir, ich hab ein Album davon. Was war es? Ähm, es war unheilig. Oh! wo, ja, man hat denn viele Momente, wo es dann immer heißt, so, oh, wieso weißt du das nicht? Und, ich sitze da und mir so, ach, scheiße, wie, was war das jetzt nochmal? und, ne? Das, was ironische ist, ACTQ gucke ich in letzter Zeit sehr gerne, wenn ich ne Hintergrund male. Okay. Hm, und da hat jemand, ähm, in ACTQ ein 100% Speedrun gemacht, in knapp 5 Stunden. Den wollte ich eigentlich mal gucken, hab's dann aber doch nicht getan. Es, ich kann's dir absolut empfehlen. Erstens, der Runner ist klasse, er ist unglaublich charismatisch, und sein bester Freund ist der Announcer, und er hat ne, er hat ne Deep, fuck ass ass Bassstimme. Die Bassstimme ist mir halt gewusst. Es ist, äh, bei Speedruns, bei AGTQ ist es immer halt so ne Sache. Ich hab meistens denn so diese, ähm, so diese Spiele, wo ich das unbedingt sehen will, und dann streamt das irgendeine Schnarchnase. Ne, ne, also er macht das mit vollen Enthusiasmus. Oder so hat der Motto, ne? Ich bezeichne es immer gerne als Covered Muffin, weil Covered Muffin ist mein liebster Speedrunner. Okay. Der, der dreht einfach immer komplett durch. Der spielte am allerliebsten immer die, Sava aus Jedi Academy Spiele. Ach die, ja. Der bricht das Spiel immer komplett durch die Gegend. Er baut immer scheiße in dem Spiel. Hey, wollt ihr mal sehen, wie langsam der fährt? Ja, machen wir nicht. Wir pushen es in die Gegend. Fats, 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 fats. Ah, Covered Muffin ist unglaublich. Er ist richtig quirlig. Du merkst, dass er, dass er Spaß in der Sache hat. Das steckt extrem an. Ich finde, es gibt echt bei AGQ halt nur eine Handvoll Runner, wo tatsächlich dann auch unterhaltsam sind. Ja, leider. Ich meine, klar, es ist wichtig, dass ja, äh, ne, schnell und hast du nicht gesehen, ne, ist wichtig, ja. oder kennst du noch Arabian Light? Ich meine. Mit OT? Oh ja, ich glaube, ich erinnere mich. Das ist mit Abstand mein liebster Run, überhaupt, seit es ACDQ gibt. Der war letztes Jahr, meine ich, ne? Die Ende war letztes Jahr, richtig? Ja, das Spiel war so fucking busted. Und am Ende konnte es... weil wir sich alle kaputtgelacht haben über die Dialoge und wie man das Spiel glitschen kann. Ah, das ist herrlich. Das Spiel war halt auch busted. Das Spiel war so verglitscht, dass er einen Typen Geld zahlen musste und eigentlich müsste er die Option ja, nein kriegen, aber irgendwie er hat den Dialog zu Ende gesagt und dann ist es einfach abgebrochen. Er steht da, Ja, ich erinnere mich. Ich möchte dir Geld geben, dude. I wanna give you money. I wanna give you money, dude. Nein! Nach her und ab gewissen Moment ist die Framerate so abgestürzt, dass selbst das Menü nicht mehr wusste, was es hier für die Framerate ist. Leck mich am Arsch! Okay, die Task-Bot-Dinger sind auch nicht schlecht, aber nicht meine liebsten Dinger. Oh Mann! Was für eine Scheiße! Ey, was für ein Bullshit! Ja, danke Kamera! Wobei, der Superman 64 war auch gut. Superman 64? Mhm, oder gut, der Speedrun und den Speedrun vorletzten Jahr hat sie, das war ein bisschen eine Frau, eine Transfrau, sie hat direkt einen Weltrekord aufgestellt. Sick! Sie war aber echt süß! Santa Shredder cheated! Mann, ich hatte ihn besiegt! Freude auf Bomberman World! Wer sagt, dass ich es spielen werde? Du hast mir jetzt gerade gesagt, wie scheiße es ist! Boah, Alter! Schnauze! Das ist, by the way, absoluter RNG! Ich meine, ich habe damals im LP echt lange gebraucht, bis ich das hier dann, richtig hatte, beziehungsweise geschafft hatte. Wie viele Leben habe ich noch? Ja, Mensch! Als Kind habe ich mich immer hier in der Ecke verkrochen. Aber das funktioniert halt nicht wirklich. Kommst du nicht weit mit, mit der Strategie. Oh, fuck man. Not good! Not good! So, bin ich wieder. Hey, babe. Nicht so wahr gepisst, dass ich ihr Haus bewegt habe. Not good! How am I supposed to dodge this? Boah, ich hasse diesen Boss gerade, ne? Hm. Wie habe ich den damals 100% gemacht, ey? Ist ja ätzend. fucking ultra. Das ist eigentlich das Bomberman inzwischen verbroten wird in Amerika. Die Diskussion gerade im Kurs ist. Ja klar, er ist ja Bomberman. Richtig. Man kann sich ja über sonst nichts aufregen. Das ändert aber immer noch nicht das Problem, dass du wirklich in dem Land Waffen kaufen kannst, wie ich hier im Edeka Brot kaufen kann. Ja. Are you fucking retarded? Ich meine, wie dumm muss ein gesamtes Land sein? Es ist ja nicht mal das Land, es sind die Politiker. Kannst Leute sein, aber haben die einer da klatschen? Ja, natürlich. Er heißt Bomberman. Ist ja nur ein Maskottchen von den 90ern. Ne, von den 80ern sogar. Er ist auch noch älter. Er ist doch älter. Ja eben, 70er oder so. Wenn ich sogar irre. Richtig alt. Na, 70er jetzt nicht, aber. Ne? Ah ja, mein Gott, muss verboten werden. Komm, hast du auch Bock? Komm, wir gehen mal an die nächste Straßenecke und kaufen uns ein fucking A-Kar. Like it's nothing. Hau ab. Sackgesicht. Opa, graubart hier. Fucking Käpt'n Blaubeer. Bei Walmart, darauf komme ich echt nicht klar. Oh ja, was hier Brad, äh, gepostet hat, ne? Ah ja. Von wegen Walmart, äh, weigert sich Werbung für solche, für solche Spiele zu, äh, zu zeigen. Ja, man weigert sich Waffen aus dem Programm zu nehmen. Ja, weil das bringt. Weil jeder Amerikaner das Recht hat, soll sich zu verteidigen. Ja. Und sich dann wundern, dass solche Schießereien passieren, weißt du? Wenn die, wenn die Waffen, wenn du die Munition wirklich neben den Eiern hast. Weißt du, da musst du dir nicht wundern, dass in diesem Land ständig irgendwer durch Waffen stirbt. Und darfst du dich da echt nicht wundern drüber. Was mich denn nur eher wundert, ist, dass nicht noch mehr Leute in diesem Land durch Waffen draufgehen. Ich meine, allein die Bilanz hier, wie viele, äh, Leute in Amerika wirklich durch Waffen sterben, das ist schockierend. Weißt du, kein anderes Land hat dieses Problem. Und warum? Richtig, weil du in keinem fucking anderen Land so easy an eine Waffe kommst. Wollen jetzt ja auch in Kirchen und Schulen Waffen erlauben. Ja, und dann wundern. Die hatten ja vor, schon die Debatte, Waffen in Schulen zu erlauben. Weißt du, mit welcher Argumentation? Na? Damit sich die Leute wehren können, falls Bären angreifen. Ja, Bären. Ich hasse es, wenn ein Bär mit einer Kalaschnikoff auf mich zukommt. Richtig, aber hart. Ja, passiert nur doch ausständig, Da haben sie dagegen eine Lösung gefunden. Ah, das ist im Grunde Pisseinfach, ey. Tausende, ja, man, ich war nicht mal so weit weg eigentlich. Ja, Passiert das nicht ständig? Ein fucking Bär in der Schule? Verdammten Grizzlies mit ihren Schrotflipen. Irgendwann, sag ich dir, gibt es nur noch Grizzlies den Unterricht. Die nehmen uns die ganzen Schulplätze weg. Ja, eben. Meine Güte, ich hasse es, wenn auf einmal so ein Grizzly auftaucht und eine Shotgun dabei hat. Ich hasse es, wenn das passiert. Was soll das denn bei Geometrieunterricht? Da ist es immer so bescheuert. Ja, weißt du, du willst gerade eigentlich über die Geschichte deines Landes lernen und auf einmal kommt da ein Bär mit einer Shotgun in die Klasse. Ich hasse es, wenn das passiert. By the way, das packe ich ins Thumbnail und niemand wird mich aufhalten. Aber erst mal kommt Günther. 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 Schlimmer als diese Christi sind immer noch diese Wolfgangs. Oh ja, mit den Desert Eagles. Oh, ich finde das schlimm. Weißt du, da kommt ein Wolf um die Ecke und hat eine fucking Desert Eagle dabei. Weißt du, wie schlimm das ist? Heftig. Ey, ohne Scheiß, Amerika. Get your fucking shit together. Alter, voll ins Auge. Meine Fresse, Sharon. Ja? Gibt da so eine Rockartin in Kugane? Der trägt wortwörtlich fleischfarbene Unterwäsche und der später auf ihn zukommt. Sharon, it feels like a wearing na fri-ro. Oh boy. So, Bomberman Hero in knapp drei Stunden. Ist jetzt kein Weltrekord, aber ist solide. Oh wow. diese Animation, ey. Das ist Hammer, ne? Alter. Man kann richtig schön sehen, wie das ist. Wow. Alter. Das war damals Peak-Animation. Das war Peak-Performance. Nee, das wurde verkauft neben Super Mario 64. 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 End. Wow, in 3D. It's the end. That's the world. As we know it. Ist jetzt Zeit, das Video zu gucken? Gleich, ja. Und dann streamen wir noch ein bisschen Hyrule Warriors. Ist ja noch relativ früh heute. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Ganze so schnell geht hier. Also mir war klar, dass das nicht allzu lange dauern wird. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Damn. Yeah. Hey.